Guten Tag. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug. Ich habe lange kein DBD mehr gezockt. Nicht wundern, bitte. Nicht wundern. Was geht, was geht. Ich warte gerade nur noch schnell auf Aki, denn heute spiele ich zusammen mit der guten Miss-Arki. Ihr könnt auch gerne in einen Multistream gehen. So, ich habe beides mal als Command schnell reingeknallt. Ja. Warum steht bei mir schon wieder nicht, dass ich live bin? Ah, doch. Okay, ich bin live. Nevermind. Alles gut. Hallöchen, Hallöchen. So. So, ich könnte schon mal in Spiele als Überlebender reingehen. Fehler. Was ist denn jetzt los? Okay, es geht. Nevermind. So. Mach ich dort jetzt irgendwas? Was ist das denn Gutes? Mhm. Hm. 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 Nö. Ich habe so lange kein DBD mehr gespielt. Es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid. Ich kenne mich mit DBD nicht mehr aus. Ne. Ich habe Sonntag ein paar Runden mit Aki gezockt. Mehr aber auch nicht. Ich bin komplett raus aus Dead by Daylight. Dabei habe ich das damals nur gestreamt. Das ist schrecklich. So. Haben wir wenigstens schon mal den Perk da unten mitgenommen. Was ist das denn? Ähm. Hm. Ich nehme auf jeden Fall einen Sunny-Kasten mit. Das weiß ich schon. Was ist denn Selbstlosigkeit? Ziel? Selbstlosigkeit? Tapferkeit? Hm. Überleben? Ja, komm. Nehmen wir mal überleben. Hallöchen, Yannik. Hallo, hallo. Hallöchen, Ennis. Guten Tag. Hallöchen, Hallöchen. Ja, ich streame tatsächlich mal was anderes außer Genshin. Ich wollte gerade DBD sagen. Hm. Genau. Ne. Ich streame heute tatsächlich mal Dead by Daylight. Leute. Tatsächlich. Hallöchen, Yuka, Naomi. Hallöchen, Hallöchen. Da kommen sie alle. So, ich warte jetzt nur auf Aki. Mal gucken, wann sie sich entmutet. Wir sind schon in einem Voice. Ah, Aki, die Panda ist live. Hallöchen, Max. Na? Was geht, was geht? Ja, heute tatsächlich, wie ihr sehen könnt, nicht mit Genshin. Ich bin live mit Dead by Daylight. Wer es nicht mag, verfolgt zu werden oder Verfolgungsängste zu... Verfolgungsängste hat, ne? Schaut bitte nicht zu. Wir spielen jetzt überleben, ne? Heute war ja meine Bioarbeit. Das war eigentlich nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich eine Aufgabe falsch hatte, aber sonst war es okay. Perfekt. Perfekt, Ennis. Das ist wundervoll. Hallöchen, Aki. Hä? Hörst du mich, ja, ne? Ja, ich hör dich. Hi. Warte mal. Du bist dezent leise bei mir. Mein Discord hat gerade keinen, äh, Ausschlag gegeben. Ja, lull. Deswegen frage ich. Ja, lull. Du bist nicht sichtlich. Ich hoffe, du bist laut genug bei mir. Warte mal. Ja, das, 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 das kriegen wir sonst geregelt. Ich, warte mal, ich muss mal ganz kurz reden. Ähm, okay, du bist minimal lauter als ich. Ich sehe den Ausschlag dementsprechend. Red mal ganz kurz. Sag, sag einfach mal ein schönes Gedicht oder sowas. Willkommen, äh, zu Dead by Daylight am Dienstag mit den beiden Arkis, die nicht mit D anfangen, aber ich hab's zumindest versucht. Well. Oh, schön, schön. Ich hab grad noch richtig schnell Abwasch gemacht, mich schnell noch fertig gemacht, eben noch ein Brot, äh, gefoodert und, äh, das Einkaufen hat so lange gedauert. Ich hab um 17 Uhr noch Physiotherapie gehabt und dann, hm, ja. Ey, apropos Abwaschen, wenn du meine Küche sehen würdest, du würdest mich hauen. Okay, aber wenn du, wenn du, äh, alleine bist und so, dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, ne? Ja. Ich würde da jetzt auch nicht immer so viel rumlegen lassen, weil sonst ist der Hund die ganze Zeit in der Küche. Meine Katzen sind, äh, die dürfen nicht in die Küche. Die dürfen nicht mal. Das wär doch was, Dead by Daylight Dienstag. Tatsächlich spiel ich am meisten Dienstagabends immer sowieso Dead by Daylight. Also wenn ich da streame, dann auch in der Regel Dead by Daylight. Also falls du mich eingeladen hast, ne? Ich hab keine Einladung. Ja, aber, äh, ist nicht so schlimm, du warst ja noch nicht im Spiel per se. Du hast vielleicht über Steam was gekriegt. Mhm. Ach so. Am Ende ist aber nicht so schlimm, alles klar. Never mind. Jetzt weiß ich, was ich vergessen hab, ne? Warte mal. Was denn? Ja, Leute, ihr habt grad mal ganz kurz kein Bild. Ich spiel ja kein, äh, Dingens, ich spiel ja kein Genshin. Ich kann ja Dead by Daylight in der Spieleaufnahme machen. Ah! Hm, das geht ja bei Genshin nicht. Es tut mir leid, aber Genshin ist das einzige Spiel, was nicht geht. Es ist so... Noch funktioniert. Noch funktioniert. Weißt du wie? Ne, weiß ich nicht. Du musst, du musst, bevor du, also als erstes startest du das Spiel selber, nicht nur den Client, sondern das Spiel. Okay. Und bevor du OBS startest, machst du Rechtsklick auf OBS, Eigenschaften, gehst auf den Reiter unten rechts Kompatibilität und setzt den Haken bei Administrat, als Administrator ausführen, übernehmen, okay, OBS starten, dann fragt er dich, wollen sie das als Administrator ausführen? Sagst du ja, dann funktioniert es. Also beides einfach nur als Administrator ausführen? Korrekt. Aber Genshin vorher starten. Und nicht nur den Client, sondern wirklich, dass das Spiel startet. Sonst hat OBS da keinen Bock drauf. Können wir nach dem Stream nochmal darüber reden? Dann werde ich mal ganz kurz den ganzen Schritt aufschreiben. Danke. Ich bin dermaßen vergesslich, du weißt das. Ich kann es dir auch zeigen. Ich kann es dir zeigen, es ist kein Problem. Ach, perfekt. Dankeschön. Ey, wie gut. Das wusste ich bis heute nicht. Es hat mich so aufgeregt jedes Mal. Ich finde das halt schrecklich, wenn man so die Taskleiste sieht, wenn du irgendwo raustappen möchtest oder so, oh Gott. Ja, es mag ich auch nicht. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist absolut schrecklich. So. Arki, hast du eventuell, ich fang mal ganz kurz mit Genshin an, hast du die neuen Genshin-Banner gesehen, die am Samstag rauskommen? Ja, habe ich gesehen. Ich freue mich schon richtig. Ich werde auf Jaimiko holen. Du magst die. Ich habe sie ja mal spielen können. Doch, habe ich sie schon spielen können? Nee, Chaiet konnte ich spielen, aber den fand ich nicht so gut. Also wird es Jaimiko werden. Das Ding ist, weißt du, Chaiet bekommt ja einen Banner und ich geier ja die ganze Zeit auf Chaiet. Ich habe ja schon vorgefarmt und alles. Ja, und die zwei anderen, die da draußen sind, die würdest du auch haben, habe ich gesehen, ne? Das sind die einzigen zwei Forsters, die mir für einen Turm-Montell so... Echt? Ja, ich habe die ganze Zeit jedes Mal gesagt, wenn die wiederkommen, ne, ich, 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 ich tue alles dafür, um die zu bekommen. Ich tue alles dafür. Ja, jetzt musst du im Zweifelsfall, ähm, 360 Puls hinkriegen, ne? Nee, ähm, äh, Forsters kommen ja alle zehn Puls. Alles gut. Ach, stimmt, ja, sind Forsters, ja. Ja, Gott sei Dank, Alter, wenn das falsch war, würde ich, würde ich weinen. Ich würde weinend und heulend und generell, ich würde in der Ecke sitzen. In so ein Embryo-Stellung mich hin und her winden und weinen. Das würde ich machen. Äh, man kann OBS eigentlich auch direkt per Rechtsklick erzählen. Ja, aber das Ding ist, also, vielleicht klappt das bei Aki, aber bei mir war das so, wenn ich, ähm, es ging nur darum, dass man OBS nicht vor Genshin starten muss. Weil ich hab mal OBS gestartet und dann erst Genshin und dann hat OBS nach zehn Minuten den Stream eigenständig abgebrochen und hatte keinen Bock mehr. Dann hab ich OBS geschlossen, Genshin geschlossen, erst Genshin gestartet, dann OBS gestartet, dann ging's. Ähm, Yoimiya gezogen, ähm, Ganyo fasst auf 90, ähm, Saino macht 2150 Damage, also läuft gut. Boah, das läuft gut, Max, das läuft gut. Hallöchen, cute little psycho thing, ich kann nicht mal reden. Hallöchen. Viel Spaß im Lurk. So. Was meinst du, wie aufgeregt ich gerade bin, DBD zu zocken? Ich habe Verfolgungsängste, das ist nicht lustig. Ich hoffe vor Freude, meine Liebe. Wir spielen jetzt gemeinsam und wie gesagt, wenn ein Checkman ist, der mitmachen möchte, könnt ihr gerne mitmachen, ne? Nicht verwirrt sein, dass es zwei Akis gibt. So ein Schenkelklopfer. Oh, ich habe so Angst, ey, ich habe so lange nicht mehr wirklich Dead by Daylight gespielt. Ich wollte gerade wieder Genshin sagen, Alter, ne, ist das so, ist das so belastend. Du willst Genshin? Jetzt schon? So, okay, hier ist der Keller am Hauptgebäude, oben am Hauptgebäude ist ein Generator. Bist du das, die vor mir rennt? Yes, I'm the Michaela, I'm the, I'm the one with the head and the Brille. Und, äh, English is very, very perfect. Ja, ich muss, äh, hier ist nichts drin, ne? Äh, ich muss gleich, äh, noch Punkte einstellen. Können wir bitte zusammenbleiben, so gut es geht, danke. Oh mein Gott, das ist der Onryo, lauf, lauf, lauf! Der was ist das? Hä, ist die da nicht rausgekommen? Wessen Kopf habe ich da gesehen? Ich habe doch, ich habe dich fehlgeleitet, I'm sorry. Hä, ich dachte, die, ist das... Der Onryo! Äh! Warum habe ich geschrien? Warum habe ich geschrien? Ach, die Olle, die, die, die Olle von The Ring, Alter. Ja! Ach, nee, nee! Ich habe Angst vor Jumpscares, by the way. Hä? Ich bin total verwirrt. Ich habe, ich habe die doch gesehen, aber warum hat, warum hat die kein Heartbeat? Hat die einen Add-on, dass sie kein Heartbeat hat? Das wäre ja richtig miese Brise. So. Guck mal, da ist eine DHT.TV im Namen. Wahrscheinlich Twitch. Das ist ein Twitcher, ja. Twitcherino? Twitcher, Twitcherin. Du musst mir ein bisschen helfen, da kommt die aus diesem Fernseher raus. Yes. Neben ihr ist ein Fernseher. Ja. Brauchst du aber jetzt, also, also, ihr Prinzip ist, sie kann sich durch Fernseher teleporten, die eingeschaltet sind. Um diese Fernseher auszuschalten, müsstest du dann ein Fernsehgerät gehen, eine Videokassette rausnehmen und dann zu einem dir angezeigten anderen Fernseher hinbringen. Würde ich dir aber nicht empfehlen zu machen, außer, man ist jetzt gerade vielleicht auf den letzten Gen und will nicht, dass sie sich so schnell fortbewegen kann durchs Teleportieren. Weil, wenn du diese Kassette in der Hand hältst, dann lädt sich um dein Bild herum an der linken Seite ein, ja, ein Balken auf. Und wenn dieser voll ist, dann kann sie dich, Morin, also sofort, töten. Und sie bekommt das auch angezeigt, wenn jemand voll ist. Dann hat sie nämlich über die ganze Map, glaube ich, Killerinstinkt. Das sind irgendwie ziemlich viele Informationen auf einmal. Ich werde das alles nicht verarbeiten können, das tut mir leid. Ja, alles gut. Sie macht den, ähm, den Generator, wo ich gerade beim Hauptgebäude oben war, kaputt. Sie ist beim Hauptgebäude oben. Ich traue mich gerade nicht, hier rauszugehen aus dem Busch. So, das war mein Gen, der anging. Oh, cool. Ähm, genau. Ähm, wenn sie sich durch Fernseher teleportiert und man in der Nähe eines, des Fernsehs ist, wo sie rauskommt, dann... Oh mein Gott, sie ist gerade direkt an mir vorbei, als hat sie mich nicht gesehen. Wie blind ist sie denn bitte? Ich leuchte wie eine Discokugel in diesem Busch. Dann, äh... Oh, hier ist sie ja. Dann, ähm... Okay, sie verfolgt jemanden. Ja, dann bekommst du auch auf diesen Ladebalken, sag ich jetzt mal, Steps drauf und er erweitert sich dann auch. Das heißt, irgendwann musst du den ja wieder abbauen und das tust du, indem du eine Kassette nimmst und sie in den vorgesehenen Fernseher bringst. Also das ist halt dieses Ding, um diesem Mori von ihr entgegenzugehen. Och nee, jetzt ist dieser Gen... Ach, dieser Gen ist, äh... Ja, keine Sprache. Mir... Oh Mann, verpiss dich, du blöde Kuh! So, guck mal, jetzt hab ich so einen Ladebalken da, so einen Kreis, ne? Siehst du den bei mir? Ja. Ich bin gerade in einer schlechten Position. Na, und der füllt sich halt weiter auf irgendwann, ne? Und, oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Du rennst gerade voll in meine Richtung. Mhm. Nein, das war dumm! Ich dachte, sie läuft weiter. Oh, scheiße. Scheiße. Nehmt sie dich noch hoch, oder? Ja. Ja, gut, okay. Also nicht gut, aber... Okay. Ja. Es ist niemand zum anderen hin. Wo seid ihr denn überhaupt? Hä? Ich wollte hier hinten den Gen machen, aber... Einer ist über mir. Ja, ich glaube, der kommt zu dir. Bin mir nicht sicher. Ja, die kommt nach oben ins Hauptgebäude. Okay, soll ich erst dich oder den anderen? Erst den anderen. Okay. Der ist jetzt nämlich schon in der zweiten Phase. Lauf ruhig, die ist hier oben. Also rennen, rennen, rennen. Die hat... Oh mein Gott. Du bist jetzt gerade die Einzige, die noch da ist. Könnt ihr damit aufhören? Ich habe ein bisschen Angst. Lass mich dich doch hin! Nein, nein, nein. Du musst mich holen. Du musst erst mich holen. Ich glaube, er holt sich. Der andere will mich holen, weil er halt Angst hat, dass wir sonst gleich alle liegen. Da kommt sie. Oh, der ist aber auch... Also der ist jetzt der... Nee, lass mich in Ruhe! Mein Gott! Frau! Ich bin näher 1990. Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Ich kann nichts dafür, dass dich keiner lieb hat, Mann. Mein Gott, ey. Oh Gott, lass dich doch zu Ende heilen, Meg, du dumme Kuh. Bist du doof? Ey, wie kann man... Renn zu mir, renn zu mir. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben, renn zu mir. Oh Gott. Und dann kriegt sie den Safe nicht hin. Wie vollgehielt bist du? Hat die nicht eine Taschendampe? Ich bin am Haken. Ach so. Ich habe versucht, die andere zu heilen. Aber die hat halt weggezogen. Ich habe das jetzt voll für sie gecarried, Alter. Ich wusste nicht mehr, dass ich angegriffen wurde von sie. Ich habe das voll vergessen. Ich würde dich ja jetzt gerne holen, aber ich liege. Du liegst leider am Boden. Ja. Das ist ein bisschen belastend. Wenn du keinen Breakable hast, dann wirst du da auch so lange liegen, bis dich entweder ein Survivor hochholt oder der Killer. Ja, deswegen erhole ich mich gerade. Oder du verbluten. Max Genshin, danke schön für deinen Follower und herzlich willkommen. Der kommt von mir. Hallöchen. Übermorgen gehe ich mit Freunden einkaufen bis 19 oder 20 Uhr. Einlaufen oder einkaufen? Einkaufen, das K ist neben dem L direkt bestimmt. No. Oh, ich bin laut. Hallöchen, just myself. No. Wenn sie nicht manifestiert ist, hat sie kein Heartbeat. Äh, ah ja, stimmt. Ah ja, das ist auch noch. Ja, dann ist sie jetzt quasi so halb unsichtbar. Max, viel Spaß im Vlog. Hallöchen, Firnfox. Ach so, just myself. Du hast schon eingeschrieben. Kannst du mal zu mir kommen und mich hochheillen? Ich bin komplett hochgeheillt. Ich versuche in die Richtung zu kriegen. Die wird verfolgt, die wird verfolgt. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Niemals bewegen, wenn die dich hochholen wollen. Sonst, äh... Nein! Doch. Jetzt liegt alle Hoffnung auf dir. Das kannst du sowas von vergessen. Ich bin so dermaßen schlecht im Wegrennen. Frau, lass mich in Ruhe. Ja, klingt gut aus. Jetzt schnell, du hast Flink, du hast Flink. Du hast über eine Fensterbank gesprungen, hast du Flink. Sie ist bei der anderen. Ganz ruhig. Entspann dich und heil dich, wenn du kannst. Genau. Irgendwo, dass sie dich nicht so sieht. Ja. Alle Hoffnung auf mir, Alter. Ihr seid auch... Ihr seid auch... Nee. Du schleißt dich gleich einfach zu ihr hin. Und sie kommt genau in deine Richtung. Wenn sie genau auf dich zukommt, hat sie Barbecue und Chili. Sie hat Barbecue und Chili, hatte ich gesehen. Frau, ich kann nichts dafür, dass dich niemand liebt. Mein Gott. Barbecue und Chili, dann sieht sie dich halt, wenn du... Wenn sie wen anderes aufhackt. Mit etwas Glück kannst du die noch runterzupfeln. Tue ich auch. Oh, das war aber knapp. Ja, 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 alles gut. Wenn sie dich aufhackt, dann hast du ja noch 4%. Oh, Meg. Lauf doch einfach. Renn, Frau. Renn. Ich mag den nicht. Was geht. Ziemlich viel geht. Hallöchen, Lottie Karottie. So viel Verantwortung schon in der ersten Runde, die wir heute spielen. Oh Gott. Ich kann das alles nicht. Oh, mein Gott. Also, ich werde jetzt zwar voll erholt, aber naja. Krabbeln ein bisschen, vielleicht, ähm... Vergisst sie mich ja. Sie will erst dich, sie will erst dich. Aber ist okay, wenn sie dich aufhängt, kannst du nochmal 4% versuchen. 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 Versuchen, ne? Mhm. Oh, die andere hat Unbreakable. Uh. Stimmt, ich hätte gucken können, was sie für Perks hat. Ich bin ja auch richtig gut, ne? Ja. Sie steht Unbreakable, aber sie liegt wieder. Schade. Schade. Ich kämpfe trotzdem. Ist mir egal. Wollten wir das Spiel auch holen? Ja, dann go for it, Max. Go for it. Und Herrdüchen, Carina, einen schönen guten Abend. Das sieht sehr, sehr schön aus, wie ich hier sterbe. Wundervoll. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen zu laut. Ich mache hier mal auf so, keine Ahnung, 12%. Ich habe auch ein bisschen viel, ne? Ein bisschen viel was? Ein bisschen laut, das Spiel für den Stream. Ich wollte gerade einen auf Mathelehrer sagen, ein bisschen viel was? Äpfel, Birn, Bananen? Ach, Mann, ey. Der Onryo. Die heißt sogar der Onryo. Ja, ja. Cool. Die dürfen ja nicht die ganz originalen Namen nehmen. Mache ich Freitag oder morgen, aber aufs Switch. Oh, das auch. Geht's euch beiden? Äh, Aki, wie geht's uns beiden? Uns geht's gut, ne? Ja, alles tutti frutti, außer dass mein Schlafrhythmus schon wieder kaputt ist. Ich hab bis 16.45 Uhr geschlafen. Also, ich war schon, äh, ich war schon so, naja, sie sagte, 14 Uhr, es könnte aber hinkommen, ne? Aber solange es vor 18 Uhr ist, ist eigentlich okay. Dann hab ich ja zwischen 17 und 18 Uhr hab ich geguckt. Nee. Doch. Nee. Nee, doch, nee, doch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, vor dem Stream hab ich dann geguckt, bist du online und dann hab ich gesehen, du spielst Genshin und hab gesagt, ja, das ist online, das ist alles gut. Verlass dich niemals darauf, wenn ich Genshin spiele, ne? Verlass dich niemals darauf. Ach ja, scheiße. Ja, aber du warst vorher offline angezeigt. Also, dann hab ich mir gedacht, okay, da muss die ja wenigstens irgendwie irgendeine Tätigkeit gemacht haben, dass sich der PC-Status ändert. I don't know. Ja, dass es wiederum war, ja. So, ich, äh, werf mich jetzt auf die Generatoren und nehm mal nen Ding ins Kasten mit. Ey, guck immer rechts, dass du eine Herausforderung ausgewählt hast, ne? Und die dann auch versuchst zu erfüllen. Oh, da war ja was. Heilen leicht gemacht, äh, brauche seit, okay, ja, Sunny-Kasten, mein Gott, ey. Ist ja gut. Nehm ich halt nen Sunny-Kasten. Mach ich gleich in der nächsten Runde. Carina, erinnere mich nochmal dran, ne? Ne, warte mal. Ich nimm's nur so mit. So. Dann verbrauch ich den wenigstens. Ich hab irgendwie Angst, dass wir diesen Killer, äh, der der Albtraum aller Kinder sein soll, bekommen. Ich möchte den nicht bekommen. Ich möchte den nicht bekommen. Ich find den super hässlich, ey. Wenn an den Schränken, wenn an den Schränken so gelbe Verschließhaken sind. Ja, sobald die Verschließhaken da sind, mach ich ein Rage-Cut, Alter. Nein, ach Quatsch, das ist nicht so schlimm. Achso, im Übrigen, äh, wenn wir den haben sollten und du hast zwei Schränke, die direkt aneinander stehen, nur erstmal einen verschließen. Wieso? Auch wenn er sich in den porten würde, der nicht verschlossen ist, geht er automatisch in den Verschlossenen. Und so kann man dann, wenn man das nächste Mal dran vorbeiläuft, weil sobald er einmal drin ist und ausbricht, ist das Schloss kaputt. Danach kann der halt immer dort sich rein porten, ähm, ohne dass er länger zum Ausbrechen braucht, so. Äh, kann man den anderen verschließen und dann passiert das Gleiche da wieder. Also man muss einfach nur, äh, ich hasse die Polizeistation, also muss man einfach nur, ähm, ja, die Schränke verschließen oder wie? Genau, aber wenn die genau nebeneinander stehen, wirklich Schrank an Schrank, dann, äh, bitte nur einen der beiden verschließen, nicht schon beide. Okay. Oh, wir haben Bing-Bong. Bing-Bong? Geist? Äh, ja. Och nee, geh weg mit deinen Klingelingeling-Dingern. Mann, ey. Aber es ist der Glockenmann, den hört man doch. Ich mag ihn trotzdem nicht. Der steht immer unsichtbar hinter mir und fängt dann an zu blingen. Kilo. Warum? Oh. Was, wo? Oh, lol. Da, da, da. Siehst du die rote Aura? Die kam da runtergerasselt, die junge Dame. Ähm. Es sah gut aus, wie sie da runterfiel. Nein! Nein! Ich wollte nicht, dass du mich siehst. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich mag dich nicht. Gott, nee. Lass mich in Ruhe. Lauf weiter. Lauf weiter. Lauf weiter. Tue ich. Keine Sorge. Nicht die Palette ziehen. Ja, ja, nee. Keine Sorge. Ich weiß ja nicht mal, ob der hinter mir ist. Sieht nicht so aus. Ich glaube, der hat abgelassen. Nö, der hat abgelassen. Okay. Ja. Vollkommen okay. Nee. Geh weg. Mann. Warum? Ich sehe euch da hinten. Du bist drauf. Ich mag das. Nein, 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 nein. Im Stream sieht fast nicht meine Kamera. Das war schade. Och, natürlich direkt neben den hässlichen Haken, Alter. Oh, Frau, heule leise. Bist du das? Ja, du bist das, ne? Ja, das stimmt. Dankeschön. Bitte. Danke, Anke. Bitte, Brigette. Ja, endlich sagt das jemand. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott. Oh Gott, Irak, Alter. Ich schreck mich doch nicht so. Ich habe einen Applaus bekommen. Gott, oh Gott. Irak. Bei Dead by Daylight ist das echt nicht so toll. Das ist nicht, wenn du den Skillcheck von Dead by Daylight reinmachst und dann denkst du, du kriegst einen Skillcheck und dabei hat der Skillcheck-Sound einfach einen Zuschauer ausgelöst. Nö, deswegen habe ich den nicht drin. Ich habe den drin. Aber meine Leute vergessen immer, was das für eine... Da ist der Lauf! Was war das gerade? Ich habe mich geopfert. Dankeschön. Dankeschön. Oh Gott, ich bereue es, weil hier ist nichts. Scheiße. Da ist ein Tote und das habe ich vorher nicht gesehen. Können wir diesen... Können wir bitte diesen Schrei als irgendeinen Alert nehmen? Dankeschön. Oder als irgendeinen Sound rein. Ich werde verfolgt und bei mir wird einfach Hawaii-Toast abgespielt. Oh mein Gott, ich habe den Haken so vertiert. Ich liebe sie. Oh mein Gott, ich will hier einen Heiratsantrag machen. Ich bin in einem Schrank, by the way, ne? Neben so einem komischen Tiger. Ja, du bist so über mir. Och, hi! Ich bin zu doof. Och, Leute, Alter. Oh, geil. Sie haben mir ein bisschen Zeit ver... Nice. Ich würde jetzt zu euch kommen, aber ich sehe hier kein Loch, wo ich runterspringen kann. Alles gut. Dieser Schrei war jetzt nicht so toll. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht mehr schreien würde. Bist du das? Läuft sie dir hinterher? Ich bin hier, die Michaela. Ja, hi. Bleib mal stehen. Ich bin hinter dir. Oh, fuck. Ach, ich wollte mich opfern. Okay, never mind. Nee, nee, geh weg. Nee, geh weg. Ich mag dich nicht. Niemand mag dich. Du bist hässlich. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Nee, nee, du bist doof. Lass mich in Ruhe. Aua. Ich würde mich gerade noch selbst ziehen. Ich habe schon wieder Herzklopfen. Warum habe ich Herzklopfen? Wo bist du? Er, ganz ruhig. Er hat mich auf die Schulter. Und man sieht meine Auge noch beim Hochnehmen, aber auf der Schulter packen. Also, wenn ich auf der Schulter von ihm liege, sieht man mich nicht mehr. Er ist in die andere Richtung, ne? Er ist wieder nach oben, ja. Ich glaube, er verfolgt über mir die Kim, nee, wie heißt sie? Keine Ahnung, aber sie, die Jui? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die I, ah. Das sind wir nicht zuerst, weil ich bin der doch. Ja. Und dann können wir uns gegenseitig hochheilen. Wundervoll. Ich habe gerade I gesagt, als die mich angefasst hat. Alles klar. Ja, warum nicht, ne? Ja, Mann. So, I. Fass mich nicht an. Oh, ich werde doppelt befummelt, Alter. Oh, sie will nicht. Okay, dann hat sie gelitten. Gehen wir wieder zusammen an unseren schönen Generator, den wir eben schon angefangen hatten. Wundervoll. Alter, wir haben erst einen Generator, glaube ich. Man muss, glaube ich, fünf machen, ne? Oh, wow. Richtig. Sorry. Alles gut. Ach, nee. Ich fange für dich den Schlag ab. Bisschen. Tschüss. Jetzt muss man sich entscheiden, wen will er haben? Dich oder mich? Dich oder mich? Er will mich! Du kleiner Kekko. Ah! Nee. Nee, er will mich. Er will mich. Er will mich. Er ist bei mir. Oh, ist der andere jetzt mal? Okay, er hängt die andere ab. Das ist ein Problem, weil du bist hier unten bei mir. Ah, nee, okay. Ich mag dich nicht. Niemand mag dich. Was kommen denn hier jetzt für Skillchecks? Er hat schlampige Schlachter. Oh mein Gott. Was ist das? Scheiße. Das bedeutet, wenn du dich nicht vollständig heilst, dass dein Genesungsfortschritt zurückgeht. Ach, na toll. Und, er hat mich gleich, er hat mich gleich schüttet. Ich werde abgehangen. Wow, ist der Schnee! Alter! Wie schnell ist er denn, wenn er sich enthüllt? Und wie sieht er denn aus? Warum ist er so lustig? Oh, ich sehe es gerade bei dir im Stream. Ich habe den ja nebenbei offen. Ist der hässlich. Um Gottes Willen. Ach, sowas wünsche ich niemanden. Ich bin immer überlegen, mich jetzt einfach nur in einen Schrank zu verziehen und niemals rauszukommen. Dann wird er dich irgendwann finden. Nee, ich gehe von Schrank zu Schrank, weißt du? Ja, dann muss er aber gut in Bewegung sein. Du wirst lachen, aber ich habe das damals, 2016, als ich ganz viel Dead by Daylight gespielt habe, habe ich das tatsächlich mal über eine Stunde mit einem Killer gemacht. Ich bin von Schrank zu Schrank. Er hat mich nie gefunden. Das war ganz funny. Irgendwann stand ich dann vor ihm und er hat mich einfach rausgelassen. Just saying. Wow klang richtig lustig. Echt? Habe ich wow gesagt oder wer hat wow gesagt? Wessen wow war es? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein kurzer Gedächtnis. Ich bin dumm, tut mir leid. Ich auch. Wie heißt das Spiel? Das ist Dead by Daylight. Ein wundervolles Spiel, wo du sehr toll verfolgt werden kannst oder Leute verfolgen kannst. Lull. Beste Beschreibung für Dead by Daylight. Das sollte die Dead by Daylight Werbung werden, die offizielle. Ach, das wow ist ja schnell, okay. Kannst du mir die Uhrzeit schreiben, Verena? Dann kann ich das... Ich habe jetzt vergessen, mir einen Streammarker zu setzen. Dann kann ich das raus. Ah, der Glöckner aka der Geist. Äh, ist das DBD oder ein Speed-Dating-Event? Der war ja, äh, also den Geist gibt es ja auch in, ähm, Hooked on You, ne? Den kannst du daten. Ey, ich, ich muss, ich muss ihn daten, es tut mir leid. Ich finde den Geist eigentlich voll cute. Außer mit diesem Skin. Mit diesem Skin ist er hässlich. Verfolgt der gerade irgendjemanden? Der sieht echt nicht mehr aus. Nee, die andere ist unten an dem Generator, wo wir zusammen waren draußen. Ach, da hinten war der. Ich habe seit grad seine Aura gesehen. Ich gehe mal hier in den Schrank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier hinten hinkommt. Warum? Keine Ahnung. Siehst du, Uhrzeit vom Stream dich? Ach ja, wenn der Geist dich enttönt, dann bekommt er einen kurzen Speed-Boost. Ich sag ja, der ist hier. Ja, aber nicht so krass wie der Ding hat. Komm mal, er geht eiskalt an mir vorbei. Süß. Süß, wie er vorbeigegangen ist. Toll. Ich war trotzdem noch mal einen Moment. Ja, er ist bei der anderen. Er ist bei der anderen. Die ist halt angehittet, ne? Das ist ein bisschen belastend. Aber du könntest hier einen Generator und derzeit werde machen. Sie sieht relativ kompetent im Lupen aus. Mein Generator ist fertig. Dann musst du dir einen neuen suchen. Unten im Eingangsbereich ist ja einer. Oh, schöner Palettenstern. Oh. Ich geh grad voll in deren Richtung, oder? Uff. Naja, da wo sie liegt, ja. Da gehst du in die Richtung. Aber du kannst sie gleich vom Haken retten. Halt dich versteckt, halt dich versteckt. Er kommt da hinten zum Haken hin, wo du hinläufst. Versteck dich einfach, ganz in Ruhe, nicht rennen. Ja, nicht bewegen. Ich warte noch ein bisschen. Bis er weit genug weg ist. Jetzt am Donnerstag gibt es Evil Dead, The Game. Die DVD-Alternative. Ja, stimmt. Die gibt es umsonst bei Epic dann. Ich glaube, die will sich nicht heilen lassen, weil sie dead hat. Ah, okay. Das heißt, geh lieber nach unten an den Generator. Mach den Generator weiter. Kann ich machen. Ja, sie will, dass du den Generator da hinten machst. Nicht den? Mach den draußen. Der war weiter. Da, wo sie jetzt hingeht. Okay. Ja, ja. Ich komm doch schon. Oh, der Geist verfolgt dich. Mich? Yes, lauf weiter. Oh, lol. Ja, ich seh ihn gerade. Oh, nee, komm. Selbst wenn du unsichtbar bist, bist du hässlich. Ach ja, nee. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, Chantal. Ich weiß. Ich weiß. Sie wird sich jetzt verstecken. Ah, schau. Wenn man das gut timen könnte, dann, äh, ja. Junge, dieser Skin ist so dermaßen hässlich. Och Gott, bist du hässlich. Och, iiii. Pfui. Ja. Ja, äh, in Hooked on You kann man den Feinsteller, den Geist, die Jägerin und die Spirits... Ne, tut mir leid, da muss ich Feinsteller, da muss ich Feinsteller. Das ist mein Liebling. Ich hab mir jetzt erst eine Jägerin gegönnt. Ich will ihr jetzt aber noch ganz kurz zuschauen. Mhm. Okay, da war mal... Oh, ich bin aus der Gruppe geflogen, oder du? Keine Ahnung. Weißt du, Miss Aki, viel über Dead by Daylight? Ich würd schon sagen, dass du sehr viel weißt. Nicht alles, aber viel, ja. Teach me, Mr. Empire. Was? Wieso? Gibt's ne Frage? Ja, Irak, gibt's ne Frage. Let's go. Hallöchen, Nina, Savo, Avocado. Antonia. Ne, warte. Antonia, hi. So. Du hast wirklich Avocado im Namen? Lol, dann hab ich's richtig vorgelesen. Glaub ich. Ähm. Stimmt, in Evil Dead kann man den Killer angreifen sogar, ne? Und das würd ich auch gern. Nö, wollt's nur mal wissen. Einfach dem Bub mal seine Kittensäge hinterherwerfen. Irak wollt nur wissen, Irak wollt nur wissen, ob du gut bist. In DBD ja so, ob du viel weißt, so. Also, hat geschrieben, nö, wollt nur wissen. Ich bin für eine andere DBD... Ich bin für andere ein DBD-Lexikon. Ah, okay. Deswegen wahrscheinlich. Ähm. Du, deine Schränke. Ja, es tut mir leid. Ich mag halt Schränke. Es tut mir leid. Ich bin halt so ein Schrankkind. Meh. Energy 1 ist heute fertig. Ich hab heute tatsächlich schon... Also, hier ist noch so eine halbe Tasse drin, ne? Ich hab schon eine ganze Teekranne heute weggekriegt. Muss kurz in meine Herausforderungen gehen. Ich hab was geschafft. Mach das. Ich muss mir noch die Videos von den ganzen Streamern um Halloween rum angucken. Wegen Outlast Trials und so. Ich hab mir noch nicht mal zu... Ich hab mir immer noch nicht das DLC von Dingens angeguckt. Hier von Resident Evil. Ich muss mir zwei gelbe Glyphen anschauen. Also, kommunizieren mit denen. Mhm. Ich glaub, da musst du dann so Skillchecks treffen. Also, beim Killer war das so, dass dort einfach nur zwei gelbe Dinger da geschwebt sind und gut ist. Nee, mittlerweile musst du an den Glyphen immer was machen. Oder hast halt einen Nachteil. Es gibt zum Beispiel jetzt seit dem... Letztes Mal gibt's eine neue Glyphe. Eine pinke Glyphe. Die beobachtet dich. Also, du musst sie beobachten und dich anschleichen, ohne dass sie dich sieht. Sonst bist du gefährdet. Und wenn du ein Gefährderschatus bist, dann wirst du ja weggeboxt. Also, ein Schlag und dann liegst du direkt. Ich mag die pinken Glyphen nicht. Waren die pink? Du hast gesagt pinken. Carina, woran hast du mich nicht erinnert? An, äh, Percolet. Äh, Aki übersteuert hin und wieder. Dann mach ich sie einen Ticken leiser. Das ist kein Problem. Oh, upsie. Sorry. Alles gut. Welche, Aki? Nee, sie hat schon eine richtig. Mit großem A. Trotzdem. Ich bin ein Ticken leiser. Tut mir leid. Bei mir auch übersteuere ich, glaub ich, nicht. Hoffentlich. Oder? Leute, übersteuere ich. Bitte sag mir das nicht, übersteuere. Carina, du musst mich an Percolet erinnern. Ich bin schlecht in sowas. Ich bin halt so ein Schrankkind. Ah, Aki, 15.11.2022. Ich bin halt so ein Schrankkind, okay? Ja, hast, kannst aber einfach Antonia sagen. Okay, Antonia. Dann sag ich Antonia. Nö, okay, gut. Ich übersteuere anscheinend nicht. Mal gucken, wann ich heute das erstmal so zu so einem richtigen Brüllaffen würde. Das in den Klammern lese ich jetzt erst. Vielleicht wäre das ja was für Kanadpunkte. Outlast Trials. Bist du jegt, Verena? Soll ich sterben? Soll ich einen Herzinfarkt kriegen? Outlast. Dazu kriegen mich keine zehn Pferde, das zu spielen. Oh, diese Map mag ich. Die ist toll. Ich glaube, die kenne ich sogar noch. Das ist eine alte Map, ne? Das ist eine alte Map, oder? Es ist die Dretsche. Das ist der Schrankpimmel. Hallöchen, Irak-Ghost. Ich hasse mein Leben. Äh, was wollte ich sagen? Also, wenn so ein Schrankpimmel auf mich zurennt, muss ich rennen, ja? Den hörst du auch. Darf ja nicht erschrecken, wenn seine Fähigkeit ab ist, dann ist es komplett dunkel. Man sieht nichts. Nichts, nichts? So ziemlich nichts, nichts, ja. Ich habe irgendwie kein... Ich habe irgendwie für sowas kein Chör. Nils findet aber auch mein Headset schrecklich. Okay. Äh. Ich will uns nichts sagen. Was war das? Aber wir sind reilos gewohnt, also unsere Ohren sind eh ziemlich geschädigt. Ich habe, ich habe, ich habe Heartbeat gehabt gerade. Mhm. Ich habe immer noch Heartbeat. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Leute, ihr... Alter, ich... Ich... Nein. W-w-was? Worum geht's? Die wollen mir mit, äh... Einen Spielwunsch äußern. In Kanalpunkte wollen die mir Outlast Trials, äh... Anbieten. Nee, nee, ich sehe den Schrankpimmel. Oh, ist der hässlich. Hö, bist du hässlich? Oh Gott, ist mir ein Rennweg. Ah, ah, oh mein Gott. Geh weg, geh weg, bist du hässlich. Oh, i, nee, nee, i, bäh, das ist Belästigung, Belästigung. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich mag dich nicht. I, bist du hässlich. Oh Gott, das will. Ich mag den Toten, falls er dich verjagt. Du kannst im Radius vom Toten, weil dann hast du keine Kratzspuren. Warum sind wir eigentlich alle vier auf einem Fleck? Äh, weil ich den anderen gerade geheilt habe. Ja, und die andere war oben gerade an der Kiste und ich hab ihm voll an die Hand geschnappt. So, jetzt erstmal, äh, Hallechen Bilip, ein Wunderschön. Oh, ich bin so schlecht. Ich muss mich, ich hab keine Zeit. Die Dretsche ist eine Anleitung an den Boogeyman. Jetzt ist es dunkel. Oh, i. Dretsche ist eine Anlehnung an den Boogeyman. Alles klar, kenn ihr nicht. Bilip, warum wirfst du Bockwürstchen nach mir? Ich hoffe, die sind vegan. Bockwürstchen? Und wenn nicht, dann sollten sie es beim nächsten Mal sein. Oh, hi. Heil dich dort im Radius, bitte. Hab ich schon. Ach, du bist schon geheilt. Ja, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, es tut mir leid. Kannst du für uns da spielen? Was, Outlast Trials? Nee. Gieß es. Los, Aki, trau dich. Ach, komm, angucken. Kann man... Ich guck mir das wohl an, aber ich glaube, selber spielen, nein. Ich dachte mir gerade so, was willst du mit Los, Aki, trau dich? Was soll ich mich trauen? Subgold 10k und du spielst Outlast? 10k was? Subs auf einmal, bist du bescheuert? Schau mal aus, wie viel Kohle das ist. Du hast doch einen Sockenschuss. Wie hat er mich denn jetzt nicht gesehen? Wie sieht denn der mich jetzt gerade nicht um, Gottes Willen? Machen wir Daily Support voll und dann wird es gespielt, oder? What? Nein. Nein. Dach, let's go, Outlast, dann würde ich sogar zugucken. Oh Mann, ich höre ihn, ich höre ihn schnarchen da aus. Also nicht schnarchen, Höhen rumatmen. Bei Outlast würde ich bei dir sogar zugucken, Kappa. Aki, wir kaufen dir das. Ja, dann spiel ich's halt nicht. Und danke für deine verschenkten Subs. Ich spiel's trotzdem nicht. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Nein, der Daily Sub Support ist ja nicht für Spiele gedacht. Ja, also ihr süßen. Wieder da und zu Hause, willkommen zu Hause, Kiri. Mach mal so einen Subgoal, 50.000 Subs, dann spielst du Outlast. Mal gucken, ob sie es irgendwann schaffen. Let's go, Alter. Ich möchte ja nichts sagen, Aki, aber auf Discord steht, du streamst nur für uns und für sonst keinen, also auch nicht für dich. Was? Du hast also kein Mitspracherecht, was du streamst? Nee, geh weg, ich mag dich nicht, um Gottes Willen, geh weg. Mann! Boah, bist du hässlich. Oh, du bist so hässlich. Oh, nee, oh, äh, 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 ist der hässlich. Oh, ey. Oh, ey. Vielen, vielen lieben Dank. Hier sehen sie den hässlichsten Killer der Welt. Mann, ich bin zu blöd zu treffen. Der hat sogar so einen richtig hässlichen Skin, ey. Ey, ich kann nicht mehr. Der hat so einen richtig hässlichen Skin. Schule, wie siehst du denn aus? Das ist ein normales Aussehen, glaube ich. Oh. Bleh. Ey, steckt euch euer Salz quer in die Perze, ey. Ich geh jetzt Aki retten, schnauze voll, hier keinen Bock mehr. Oh, nee, sorry. Ähm, wurde in der Schule gemobbt, äh, heute gemobbt wegen meiner Haarfarbe. Was hast du denn für eine Haarfarbe, dass du da gemobbt wirst? Das ist ja richtig widerlich. Er hat einfach zu viel Geld. Ach so, du meinst nicht mich. Ich wollte gerade schon protestieren. Oh, mein Gott. Mobbing ist immer eben, läuft. Egal, welche Haarfarbe. Ah, er schneckt da hinten rum. Er schneckt da hinten rum. Was heißt denn jetzt? Er schneckt hier lang, er schneckt hier lang. Ist mir egal. Hab lila Haare. Geh weg. Will er mich, will er dich, will er uns? Er will mich. Okay. Oh, mein Gott, er schneckt hier einfach rumherum. Ich renne mal zu deinem tollen Dingsi. Ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh nicht. Er rennt mir hinterher. Er rennt mir hinterher wie so ein richtig ekelhaftes Ding. Er rennt mir einfach hinterher. Ist das ekelhaft? Ach, mein, das ist ja nur ein Shadowstep-Ding. Ich seh nichts. Man sieht aber die weißen Auren in der Regel. In der Regel? Oh mein Gott. Hier, lauf, 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 lauf. Wir sind hier zu dritt und wir sind alle verletzt. Ah, er will nicht, du kleiner Hesloth. Alter, steckt euch eurerseits sonst wohin? Was wollt ihr? Ich hasse euch. Ich spiel gar nichts mehr. Was macht das an, hä? Du müsstest zu langweiligen Streamern drüber gehen. Und euch langweilige Streamer auf Twitch angucken, wenn ich nicht mehr streame. Renn! Obwohl, nee, warte, ich schieße dich. Oh Mann, ich bin schon wieder hier. Renn! Boah, der geht mir so auf den Sticker, der hässliche Kerl, ne? Oh lol, hier ist ja ne... Hier ist ne Sackgasse? Wirklich jetzt? Was ist das? Mann! Mein Ding ist noch? Nee, steht natürlich auch nicht mehr. Meine Fresse, ich brauche ein neues Totem. Oh, schön, ich komme auf den tollen Aussichtsberg, Alter. Geil. Ich mag diesen Killer nicht, er ist hässlich. Scheiße! Nee, nee! Oh, hi, danke! Hier mich, hier mich, hier mich, hier mich. Oh, nee, das ist doch ein Skin, sorry. Wenn du mich nicht hitzst, gehe ich halt hier hinten hin. Ich muss gleich erstmal nach... Ich komme gar nicht hinterher, ne? Ich nehme euch die Commands weg. Ja, Irak, du machst nichts. Also, du bist ein Netter. Für dich stream ich. Und nur für dich. Awww, wie süß. Äh, aua. Ich habe mich gerade selbst gepikst. Da hinten ist der Killer. Okay, der kommt voll in meine Richtung, oder? Du kannst nicht gehen. Ja, ich, äh... Stimmt, gehen kann ich nicht, aber ich kann auf, äh, Stream... Stop Streaming drücken. Da kommt... Da fangen sie wieder mit dem Glücksspiel hier an. Frechhäut. Bitte? Oh, ich wollte dich gerade auch holen. Hi. Aki, bitte weniger mi, mi, mi. Das, was Carina sagt. Welche Aki? Äh, ich habe auch mal im Chat vorgelesen. Carina sagt das zu mir. Ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß. Ich, ich, ich mag es zu sagen, welche Aki. Ja. Der ist hinten... Nee. Oh, hier ist... Oh mein Gott, er hat Spielzeug. Deswegen ist keine Heartbeat da. Alles klar. Oh, Kinder? Ich finde diese Schreie wundervoll. Kinderschreie? Hm. Vielleicht mag ich diesen Killer sehr, sehr wenig. Ist nicht so mein, mein Turn-on. Soll ich mal mit Maike Meyers vorbeikommen? Geh mir weg mit deiner Michaela Meyers, Alter. Hey, ich heiße Michaela. Wirklich? Michaela Reit. Wirklich? Ja, die heiße Michaela Reit. Hm. Ach so, deine, deine, deine Figur da. Ich dachte gerade so, du hast deinen Namen gedroppt, Alter. Nein. Oh mein Gott, nein. Ich sagte, ich schreibe dir nachher mal meinen echten Namen. Meinen weißt du, glaube ich, ne? Warum kann ich sie nicht heilen? Meinen? Meinen Namen müsstest du wissen. Ja, deinen kenne ich. Ich denke nicht, ja. Geil. Cassandra. Natürlich. Oh, Entschuldigung. Natürlich. Eine Freundin von mir heißt wirklich Cassandra. Echt? Ja. Ja, warum nicht, ne? Spitzname Cass. Genauso wie Castiel aus Supernatural. Castiel? Castiel aus Supernatural wird die ganze Zeit Cass genannt. Gehst du weg, du hässliches Stück Scheiße. Sorry. Sorry. Es tut mir leid. Alles gut. Manchmal kommt das aus mir heraus. Der Chaos Kamikaze, der kann sich ruhig mal ein bisschen öfter reinwerfen. Ja, echt ey. Wo ist denn der? Schmier den ab. Oh, jetzt kommt der. Kann ich an irgendjemanden diesen wunderschönen Killer hier abschmieren wie so ein Popel? Nein. Nein? Oh, schade. Wäre toll. Ich bin einmal im Entferntesten. Gehst du weg? Mandy, Chantal, Jacqueline. Jacqueline. Josefine. Meine Cousine heißt Jacqueline. Echt? Sorry. Ja. Oh Gott, hier ist nirgendwo. Also nein. Oh Mist. Ich wollte die Zacken zwecklaufen. Da war die Glühfe. Nein. Stimmt, darum seid ich vielleicht. Tschüss. Hier, guck mal. Er hält sich rein. Ah, nee, doch nicht. Personen haben Namen? Vielleicht haben bei dir Personen Nummern, aber... Kriech vom Haken. Häh. Häh. Morit er nicht? Ja. Wie sieht das denn aus? Ii. Wo kommen... Warte, warte. Wo kommen die Dinger da raus, mit denen er mich ersticht? Wo kommen die raus? Ii. Ja, aus der Darkness, aus der Dunkelheit. Er ist der Albtraum aller Kinder. Er hat mich in seinen Schritt gezogen. Ja, er ist die manifestierte Dunkelheit. Er hat mich in seinen Schritt gezogen. Er hat mich in seinen Schritt gezogen. Ach, okay. Ja, also manchmal, wenn der im Ladebildschirm steht, dann kommt da manchmal ein Einhornkopf raus. Oder... Ne, der fällt da so raus. So ein Pferdekopf fällt da manchmal raus. Was? Und nimmt er auch wieder mit rein in seine Westentasche. Äh, äh, äh. Oh, ist das eklig. Ich mag diesen Killer nicht. Boah, ist der ekelhaft. Ich würde ihn aber gerne spielen. Wir spacken den E-Maus. Ich würde gerne mal diesen Killer spielen. Ja, Cloud, jetzt gehen die Tore. Ja, natürlich, danke. Hättet ihr den nicht mal ein paar Minütchen vorher machen können? Da wäre ich vielleicht auch noch lebt rausgekommen. Ich war mit der Meg am... Wir waren am Rödeln. Ich sag's dir also. Wir haben gearbeitet wie die Packesel. Am Rödeln? Mhm. So nennt man das heutzutage. Da gibt's auch ein DVD-Clip von mir. Ich höre... Ich höre es rödeln. Das war dann Carina und Ice Lady an irgendeinem Generator. Der ist halt Priester. Was? Warte, was? Der ist Priester? Der ist Priester? Oh, Leute, ich soll vielleicht dir zugucken. Wer ist Priester? Wer ist Priester? Der Killer? Der ist doch kein Priester, oder? Nein, es gibt eine Killerin, die... Das ist die Kotzedame. Wie heißt die denn nochmal? Ja, die, die ich auch mal gespielt habe. Die Seuche. Die Seuche. Hä, was? Was? Ja, poste ich euch nachher. Zeige euch nachher. Aki, das ist die Seuche. Das ist die Kotzedame. Die habe ich auch mal gespielt. Na, er hat dich doch in seinen Schritt gezogen. Macht nur Sinn. Oh Gott. Oh Gott. Was? Perkulet, yes. Yes, yes, Perkulet, I know. I know. Ey, so, du bist rausgekommen, ey. Hättest du mich nicht mitnehmen können? Nein. Ich habe angegeben. Der Morit mich. Der Morit mich. Ja, Morit mich einfach. Oh Gott. Er hat sogar dieses rote Mori drin gehabt. Das war, glaube ich, das beste Mori, oder? Ja, genau. Oh, jetzt darfst du Perkulet machen, ahahahahaha. Ich wünsche dir alles Beste. Ja. Ne. Ich mir auch. So, was ist das? Glück gehabt. Ist immer dann aktiv. Wenn du verletzt wirst, wirst du ein Glück gehabt, aktiv wirst, hinterlässt du für insgesamt 60 Sekunden keine Blut- oder Kratzspuren. Oh, für die Sekunde, die du einen Überlebenden heilst, wird dir die Dauer von Glück um eine Sekunde verlängert. Oh, sehr schön. Sexy. Und niemand wird zurückgelassen. 100% zusätzliche Blutpunkte, wenn du andere Überlebende heilst oder vom Haken rettest. Geil. Ja, dann rett mich mal häufiger. 50% zusätzliche Aktionsgeschwindigkeit, wenn du andere Überlebende heilst oder vom Haken rettest. Ja, wenn du einen Überlebenden vom Haken rettest, erhältst dieser einen Bewegungsbonus in Höhe von 7%. Erzählte Konten, was ist das für ein OP-Pörk? Die auch immer alle anderen überleben, werden dir angezeigt... Ach. Ich hätte den ersten Teil lesen sollen, sobald die Ausgangstore mit Strom versorgt sind. Also 5 Generatoren an sind. Alles klar. Mal grad sagen, Alter, was ist das für ein OP-Pörk? So, äh... Don't mind me, ich mach grad Blutnetz. Alter, Verena, raus! Du hast jetzt nicht wirklich Ausruhzeichen Erdnussbutter gemacht. Ich hasse dich. Ich könnte jetzt Prestige 4 anwenden. Tue ich aber nicht. Das kannst du tun, wenn du das möchtest. Nee. Grad noch nicht. Hallöchen Marcel, einfach einen schönen guten Abend. Habe ich Würstchen gehört? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt das Glück der Überlebenden wird erhöht. Aller Überlebenden. Also es ist gerade offiziell bestätigt worden, Trigger-Wort für Marcel ist Würstchen. Marcel, willst du, willst du mitspielen? Wir spielen Würstchen. Ja! Äh, 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 Würstchen, 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 Würstchen. Du schön. Das ist die Hawaii-Wurst? Kann ich, äh, Clips, Clips kann ich posten, äh, in meinem Discord gerne. Ich weiß nicht, äh, wie ich das aktiviere, dass du hier Clips posten kannst. Bei Würstchen kommt Marcel gleich angerannt. Das ist, was Eislady sagt. Irak, du kannst gerne auf mein Discord kommen, falls du da noch nicht drauf bist. Ich sehe alles. Kannst du Clips posten. Aber ich kommentiere nicht alles. Alter, das ist, äh, kann mir mal einer den Song aufnehmen, nur statt Hawaii-Toast dann die Hawaii-Wurst? Dankeschön. Ey, ich, ich werde es dir einsingen. Ich werde es dir einsingen. Ja? Das gesamte Lied? Nein, nein, nicht das gesamte Lied, aber ich werde jedes Mal, wenn so, so, Hawaii, wenn dort so Toast kommt, mache ich Hawaii-Würstchen. Siehst du, als soll ich einfach nur Würstchen? Hm. Nee, du kannst hier keine Clips posten. Das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, im, äh, Dingens, bin schon auf deinem Discord. Warte mal, du hast den dort reingepostet, ne? Hier, warte. Ich muss immer noch Totems kaputt machen. Wird schön, Leute. Das ist der Clip, den, ähm, Irak gemacht hat. Er hat mich in seinen Schritt gezogen. Danke, der kommt definitiv auf TikTok. Wie man halt auch einfach die ganze Zeit so nebenbei sieht, wie ich hier einfach so Streammarker mache. Man sieht es halt einfach jedes Mal, wenn man Streammarker macht. Wo ist Felix? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich Felix ausgebaut habe, Marcel. Ich kann ihn gleich spielen. Ich würde gerade fragen, hey, welcher Felix? Felix Richter. LL. Charakter. Fünf-Jahres-Kerze. Cool. Nehme ich die Fünf-Jahres-Kerze? Fünfter Geburtstag? Ne. Marcis, Ausruhezeichen Marcis Wurst. Also, wenn du mir noch dazuschreibst, was der Bot posten soll, wenn man das anfragt, dann richte ich das gerne ein. Ich habe drei neue Anhänger reingemacht. Ich muss die Runde jetzt ohne ein englisches Wort zu sagen machen, sonst muss ich mit Maus und Tastatur spielen. Warte, was? Was ist mit Maus und Tastatur? Also, ich habe einen Kanalpunkte-Trigger drin, kein Wort auf Englisch erlaubt. Das heißt, wenn die Runde gleich startet, darf ich kein Wort auf Englisch sagen. Also, keine Hedge, kein Killer, kein Gen, kein Generator, kein Survivor. Wie sagst du Killer? Sagst du Töter? Mörder. Ich habe auch mal Töterich gesagt, glaube ich. Außer die Namen, die da stehen, zum Beispiel Ghostface, darf ich sagen, weil Ghostface auch in der deutschen DVD, also wenn das Spiel auf Deutsch gestellt ist und DVD, steht da auch Ghostface. Das darf ich sagen. Okay. Irak, viel Spaß im Lurk. Ach, Lurk, darfst du ja auch nicht mehr sagen. Wenn ihr mich erwischt, ne? Und Aki, du musst auf meiner Seite sein. Wenn ich außerdem was auf Englisch sage, dann darfst du nicht so, äh, machen oder sowas, ne? Muss ich? Ist das Pflicht oder kann ich dich auch verpfeifen? Ich erwarte, dass du mich unterstimmst. So, es geht los. Guck mal, da stand Qual. Nee, Qual ist Deutsch, ne? Verdammt. Was stand wo? Wir sind im, äh, irgendwas der Qual. Und ich dachte, Qual wäre Englisch, aber es ist Deutsch. Der Doktor, nein! Och nee, den habe ich auch mal gespielt. Oh, uff, ich hasse es. Ja, der ist nicht so ein angenehmer Zeitgeselle. Nee, ist er echt nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor seinen komischen Methoden, mich zu behandeln. Also, er hat mir damals gesagt, dass, äh, naja, mein Herzschmerz könnte er heilen, konnte er nicht. Er hat es schlimmer gemacht. Ich mag seine Behandlungsmethoden nicht. Das ist irgendwie nicht so toll. Also, bei dem Totem kann man, äh, sich jetzt, ich glaube, aufheben, wenn man liegt. Äh, aber nicht heilen. Mist. Ja. Ich mag das Totem jetzt schon nicht. Hallöchen, Rosie! Das ist eigentlich ein gutes, äh, Totem. Also, eine gute Fähigkeit. Ähm. Hi, Rosie! Jetzt schreibt es auch bei mir rein. Das ist relativ zentral, das geht sogar. Also, Verena hat ja gerade geschrieben, hör nicht auf sie. Okay. Ich hör nicht auf dich. Ich werde dich verpfeifen. Warum? Ich dachte, wir beide halten zusammen. Nein, komm, wir halten zusammen. Wir halten zusammen, alles gut. Geh weg, ich mag dich nicht, du bist hässlich. Mann. Namen gelten nicht. Die zwei Arkis, äh. Ja, die zwei Arkis spielen zusammen. Eine arkitastische Runde Dead by Daylight. Oh, wow. Wo kommt er lang? Don't mind me, ich erst mal nebenbei, äh, Vanillekipferle, ne? Nein, warum macht er das? Oh, Mann, du... Kackaffe. Oh. Mhm. Streng dich an, bloß nicht aufs Englisch zu sagen, ne? Mhm. Oh, ich bin ein taubes Messer. Ah, ich bedanke mich gleich für den, äh, will follow, aber ich, ähm... Ne, warte, ich werd gar nicht verfolgt. Doch, ich werd verfolgt. Mann, dieses Fake-Licht, Alter, ne? Das ist, das ist belastend. Ja, du bist, du bist, du bist aber auch von der Wahnsinnsstufe sehr, sehr hoch. Das heißt, du bekommst auch Illusionen von ihm. Ähm, das rote Licht, äh, ist hinter dir, obwohl er vielleicht gar nicht hinter dir ist. Ich weiß, ich hab ihn gespielt. Ich weiß doch nicht, wie man gegen ihn spielt. Lol. Äh, nicht schlagen lassen? Im Bestfall? Ja gut, no shit, Sherlock. Ach, das darfst du ja gar nicht sagen, ne? Ach, das ist ja, Mensch. Das ist ja... Das ist ja... Hätte ich jetzt, äh, nicht gedacht. Oh, Meg, beruhig dich! Mein Gott, ey! Du musst dich, äh, genesen. Ja, ich, ich beruhige mich gerade. Und dann musst du dich ganz schnell genesen, du liegst sonst sofort. Tue ich ja gerade. Mhm, gut. Die Selbstgenesung. Mein blutiger Screen sieht gerade wunderschön aus. Mmh. So, und jetzt müsste mich mal jemand healen. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Hier ein Toter? Oh, ja. Och, nee, geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Du, du bist doch... Äh, nee. Och, nee, nicht schon wieder. Je mehr Aki sagt, desto weniger muss Aki sagen. Und damit kann Aki weniger verkacken wegen Aki. Ja. Es ist so wundervoll, dass wir beide den selben Namen haben. Vor allem hat Philipp jetzt auch nicht auf große und kleine Schreibungen geachtet. Mhm. Boah. Just saying, Leute, ich bin die Aki mit dem großen A. Oh, ach man, ich hab mich gerade gefreut, aber es ist nur ein grüner Schüssel. Ich hänge hier aber so ab, ne? Fest? 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 Ach so. Oh. Ja, hi. Ja, ja, äh, äh. Ja, okay, jetzt kommen die anderen beiden zu dir. Jetzt möchte ich auch nicht mehr. Mit dem großen A. Nein, nicht sabotieren. Ich würde sie doch healen. Ach, Mensch. Aki, rede mehr mit uns. Was soll ich euch denn erzählen? Soll ich euch von meinem Tag erzählen? Ha, 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 ha. Welche Aki? Schrei mal nicht. Rück dich mal da, mir da hinten. Ja, das bin ich. Ich weiß. Deswegen ja. Ha, das habe ich noch gekriegt. Abend ist. Jetzt ist er bei mir. Ich bin im Hauptgebäude. Nein, lass mich. Ich weiß, ich sehe dich rennen. Au. Oh, du wurdest geschlagen. Ja. Oh, da hinten rennt er. Er liebt dich. Er findet dich ja auch richtig toll. Ja, er ist bei mir immer noch. Krass. Der findet dich richtig toll. Ey, das muss ich als Dreamerker machen. Ich habe vergessen, dass man dann die Paletten nicht mehr ziehen kann, wenn er den macht. Ich hasse den Doktor. Er stinkt. Er sabbert. Guck ihn dir an. Er sabbert einfach. Warum tut er das? Weil er ein wahnsinniger Idiot ist. Aha. Ich bräuchte mal jemanden, der mich hielt. Hallo. Hallo. Kann mich hier jemand hielen? Oh, da hinten ist er. Ich habe... Ja. Tschüss. Ich habe aufgetaucht. Ich sehe ihn jetzt nicht hinter dir herrennen. Mein Gehauen. Leute, ich bin gerade so aus der Druckwelle raus. Lell. Oh, rennt doch nicht zu mir. Seid ihr bescheuert oder so? Mein Gott. Ich möchte mich beruhigen. Dankeschön. Ähm. Okay, was sind das für vier Dinger? Da unten an der rechten Ecke. Das sind die Talente. Die Fähigkeiten der Überlebenden hier. Ich habe keine Ahnung, wie meine heißen. Weil diese Runde sind die vom System ausgesucht. Ja, ja, genau. Sag nichts Englisches. Ich weiß nur, dass das unten... Also, das ist ein... Hier mich. Eine... Ja, halt mal schnell. Ja, den Ende. Ich bin doch schnell. Segen und wenn man im Radius von diesem Segen ist, dann kann man, wenn man am Boden liegt, kann man sich dann selbstständig wieder aufrichten, ohne dass jemand dich aufheben muss. Tschüss. Das links habe ich keine Ahnung. Keine Lust mehr. Ich habe es gelesen und vergessen. Das rechts, ich habe keine Ahnung, ich habe es gelesen und vergessen. Ich glaube, man kann einen Treffer für einen Mitspieler einstecken und bekommt dann einen Bonus. Ganz kurz? Ich würde dich jetzt nicht unterbrechen. Ich würde dich jetzt nicht unterbrechen. Aber Billip hat gemeint, also bei dir reingeschrieben, System und, ne, wegen kein Wort auf Englisch. Aber System ist ein eingedeutschtes Wort. Es ist ein eingedeutschtes Wort. Genau, genauso wie Computer. Das kann man auch sagen. Genauso wie TV ist tatsächlich auch ein eingedeutschtes Wort. Kannst du auch Fernseher sagen, aber TV geht auch. Oh, hi. Ich hiee dich. Ich gehe retten. Ja, ich hiele. Ich hiele gerade. Schau, bitte. Schau, bitte. Bitte schön. Bitte, Brigitte. Oh, Brigitte hat ein Ding ins Gesicht. Goll. Du solltest manchmal schon trinken als Kratz. Trink, 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 trink. Laufen? Reparier einen Generator. Ah, ey, du Futt, ey. Mann! Kreis. Toll. Ist er bei dir? Komm nicht in unsere Richtung, bitte. Ich weiß doch nicht, wo du sitzt. Du kommst voll in unsere Richtung. Ich weiß doch nicht, wo du sitzt. Wir sind hier am Generator. Mann! Ich sehe dich nicht. Ist mir egal. Komm nicht zu uns. Nee, lass mich unruhen. Ich mag dich nicht. Mensch, geh weg. Du hast sie voll an mir abgeschmiert. Wie so ein Popel. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann dich doch nicht sehen. Ich bin einfach voll in den Schrank gerannt und der rennt vorbei. Nein. Guck nicht in den anderen Schrank. Ich runde kein Wort auf euch. Guck nicht in... Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe ja eigentlich auch, dass ich eine Runde dann komplett nur auf Englisch reden muss, aber... Nee, nee, ich bin dead on the hook. Nein, lass das. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, Mann, ich mag dich nicht. Ich bin tot. Let's go. Die zwei Akis gehen ab. Woo! Don't mind me. Ich bin tot. Ich gucke dir jetzt zu. Wie wird Segen ausgeführt? Also, ich knie mich auf mein linkes oder rechtes Knie vor ein Totem, senke meinen Kopf, schließe meine Augen und fange an, mit meinen beiden Händen Massagebewegungen zu machen. Also, so, wieso, 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 wenn ich putzen würde? Alles klar. Okay. Alles klar. Und, ähm, dann rede ich meine, meine Zaubersprüche. Äh, aber, nee, Abra, Kadabra, Simsalabim. Und, ähm, dann gibt es einen lauten Knall. Ein Donner. Und, ähm, dann leuchtet das Totem blau. Und dann, äh, ist um dieses Totem herum ein gewisser Bereich, wo mein Segen aktiv ist. Da ist noch eine Palette. Ah! Scheiße. Die Palette ist immer noch da. Ja, ich weiß. Äh, das ist noch eine Vanillekipferle. Danke schön für deinen Follow- und herzlich willkommen. Habe ich noch eine Vanillekipferle oder sind die jetzt leer? Oh Mann, ich habe kein Vanillekipferle mehr. Und, ähm... Das ist die ganze Kekse nebenbei. Ja, so segnet man einen Totem. Hä? Was war das denn, Mädchen? Wie süß, Ella. Palette war meine Rettung und sie hat meine Rettung einfach gezogen. Tja. Ich glaube, kein Wort mit Englisch. Wäre mit Aki mit dem großen Arsch schneller. Zu Ende. Wow. Ja. Danke. Kann ich hier jemanden im Chat umarmen? Nee, stopp. Der Scheiße, Marcel. Ich glaube, derjenige meint, dass ich das nicht so lange durchhalten würde wie du mit dem... Keinem Wort auf Englisch. Ich hatte das auch mal drin. Ich habe immer verloren. Also von daher. Ich habe eh schon verkackt. Ich habe Pollo gesagt. Na? Hängst du ab? So eine klitzekleine Sache. Mann! Wißt du, was das Schlimmste ist? Meine Tastatur ist kaputt. Das wird also gleich doppelt lustig. Wahrscheinlich, weil die Hälfte der Tasten nicht funktionieren werden. Ach, du musst eine Runde mit Maus und Tastatur? Oh, viel Spaß. Du Controller-Kind. Ich spiele nur mit Maus und Tastatur. Also bitte. Hey, aber ich habe dich nicht verpfiffen. Ich habe es selber nicht mitbekommen. Ja. Hast Follo gesagt. Ah, ich war kackt. Dam, dam, dam. Hallöchen, Joani. Einen wunderschönen guten Abend. Wenigstens eine liebevolle Engelsseele. die es nicht böse mit mir in meinem eigenen Chat meint. Maus und Tastatur, wir kommen. Wisst ihr, was das lustig ist? Ich habe es eben gerade überlegt, wie man Follow auf Deutsch sagen müsste. Ja, danke schön fürs Folgen. Ja, ich bin intelligent. Hast du auch schon gemerkt, oder? Jetzt kann ich wieder normal reden. Ist ja nett. Danke an den, der gefollowed ist. Ach, Ruhe. Ey, vor allem, wer ist mir gefolgt, ne? Den kann ich, den müsste ich gleich rauswerfen. Ehrlich. Nies mal den Namen vor. Vielleicht ist einer aus meinem Chat. Just myself. Ist aus meinem Chat. Ich hasse dich. Nein, danke schön für deinen Follow. Ja, ja, ja. Na, ja. Na, ja. Ich wollte eigentlich heute, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, ne? Aber das machen wir in meinem nächsten Stream. Ich war vorhin einkaufen. Ich habe den Inhalt meines Einkaufswagens fotografiert. Just myself, falls du noch da bist, ne? Danke. Und ich wollte euch guessen lassen, wie teuer das war. Aber ohne Schummeln, ne? Also nicht nachgucken. Das wäre scheiße. Einfach nur so schätzen, wie teuer das alles war. Warte, wo muss ich gucken? Wollte ich eigentlich einen Sub schenken, aber ich habe das nicht geschafft vorm Stream. Es war zu kurz. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Wir sind viel zu lieb zu dir. Kann ich jetzt schon meine Schätzung abgeben? Nein? Noch nicht. Du hast ja den Inhalt noch gar nicht gesehen. Ja, aber ich würde jetzt schon sagen 65,99 Euro. Nee, ich habe nicht viel eingekauft. Das war wirklich nicht viel. Dann 40 Euro. Was hast du denn angestellt, dass hier alle gegen dich sind? Vielleicht will ich das auch. Weißt du was? Ich mache jetzt Prestige 4. Sehr schön. Soll ich? Eine von uns, eine von uns. Kannst du gerne machen, ja. Ich habe aber Angst. Brauchst du nicht. Du levelst halt quasi wieder bis 50 hoch und dann kommt das nächste Prestige. War zu einfach, Aki. Ich habe meinen Sub gerade verlängert, weil ich mich vorhin gewundert habe, dass die Emotes gesperrt waren. Eigentlich nur fürs Verlängern. Ja, ich sage das eigentlich nicht, weil du machst das ja immer im Stillen. Aber ich habe das oben durchlaufen sehen. Das ist bei Twitch scheiße. Ich finde das doof, dass das Abo-Ziel trotzdem angezeigt wird. Und Prime-Subs zählen immer als neue Subs. Das ist auch ein bisschen wild. Du musst mir mit dem Abo-Ziel mal helfen, wie man das anzeigen lässt. Musst du mir mal zeigen. Ja, das ist ja von Twitch. Und dann nimmst du einfach eine als Browser-Store sozusagen. Aber kann ich dir zeigen? Ja, bitte. Ich würde das auch gerne machen. Ich muss jetzt wissen, was beide Parteien zu bieten haben. Wie? Wer? Was? Du bist ja jetzt schon oft bei mir im Streamen. Jetzt weißt du, was bei mir zu bieten ist. Also immer auf meiner Seite sein. Jetzt schätze ich mal gegen mich. Einfach slash goal? Die eine Seite hat mich zu bieten, die andere nicht. Aki wenig DVD-Skills und liebevolle Streamer-Behandlung. What? Ich habe richtig viel DVD-Skills, was willst du denn? Außer, wenn ich nicht mit der Kack-Tastatur machen muss, ey. Dann ist alles los. Nächstes Mal mehr anstrengend. Ey, ich habe mich... Ich habe mich... Mein Fokus ist, dass ich alles, was ich im Spiel sage, nicht ein Wort Englisch hat. Und dann kommt irgendeiner und folgt rein. Na, ich habe es geschafft. Maxl hat mir geholfen. Mechl hat mir geholfen. Ich habe es geschafft. Ich schraube euch den Salz. Schraube euch das Salz, ja? Quer. Quer. In die Puperze. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was bei dir machen. Auf und zeichnen Salz. Ich hasse dich! Ich wusste es, dass du das machst. Habt ihr, dann ist da Cooldown drauf, ey. Oh, warte. Ich kann noch was machen, warte. 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 Die Runde mit Tastatur läuft jetzt bestimmt wenigstens mal gut. Alter, Marcel, ich reiß dir den Arsch auf, ne? Und das wird nichts, was du genießen wirst. Ich sage es dir, wie es ist. Oh, gucke mal. Ach, komm, Aki. Einmal sind wir mal gnädig zu dir, dass immerhin noch Perk oder Perks gern geschehen, ja. Guck mal, was ich gemacht habe. Hör nochmal gerne wegen dem Foto raus. Alter, als ob du nen Salz-Emote hast. Ich kann nicht mehr. Ja, ich hab nen Salz-Emote. Ja. Weißt du, wofür ich das damals gezeichnet habe? Für Dead by Daylight. Oh. Ja. Siehst du meine. Praktisch. 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 Don't mind me. Ich mache erst mal ganz kurz Blutnetz, ne? Ja. Hallöchen, Sohi. Ja, heute gibt es kein Genshin. Heute gibt es, äh, DVD. Mit Aki. Also nicht mit mir, sondern einer anderen Aki. Ich rede nicht in der dritten Person von mir. Just saying. Sie lügt. Ja, genau. Ja, du mich auch, ey. Du mich auch. Ich habe hier, ich habe hier, ne? Ich nutze ja diese... Da, ich nehme jetzt einfach das. Passt schon. Wohl... Oh, der ist Kacke. Nexley macht erst mal auch! Adanos auch! Ich sehe gerade meine Emotes die ganze Zeit bei dir. Oh, wie schön. Dankeschön. Ich bin mich gehaert. Womit kann ich meine Zuschauer belasten? Ne. Oh ja, warte. Ne. Nexley macht es auch bei mir. So. So streamen wir jetzt den Rest des Abends. Ich hoffe, das belastet euch ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, bitte lasst das. Oh Gott, Sven Aki. Du bist so wunderschön. Du bist so wunderschön. Oh mein Gott. Ja. Also, falls ihr wissen wollt, wie es bei Aki gerade aussieht, ne? Ähm, Aussufezeichen Multi. Dann könnt ihr beide gleichzeitig sehen. Wie es bei Aki gerade aussieht, seht ihr dann. Das ist... Oh Gott, Aki, du bist so wunderschön. Das gibt es nicht. Ja, ich weiß. Man hat sowas Wunderschönes gesehen. I'm so pretty. So beautiful. Mach doch mal den lustigen Filter rein, den ich so abgefeiert habe. Den ich so abgefeiert habe. Hab ich gerade wo gesagt? Um Gottes Willen. Den hier? Ne, nein, nein, nein. Den anderen, wo du so ganz komisch guckst. Wo du so ganz komisch guckst. Ich kann das selber nicht wahrnehmen. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Kannst du bitte den Filter reinmachen, den ich so geil fand? Den ich so toll fand? Diesen ganz komische, wo du so ganz, ganz gruselig guckst, der so richtig schön real aussieht. Der hier? Oh, nee. Warte? Den macht er jetzt nicht. Ja, den macht er nicht. Warte. Der hier. Der war es nicht, aber... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mikaela Meyers? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Bitte spiel einfach mal eine komplette Runde damit. Bitte. Do it. Just do it. Make your dreams come true. Bitte. Sollte ich? Ja, bitte do it. Do it. Tu es. Ich kotze gleich. Ja, genau. Hi. Wie geht's dir? Schönen Abend. Akis Besitzung ist der nächste Exorzist. Alter, der brennende Stuhl da, den brauch ich auch. Aki macht den Filter wieder an. Aki und Filter, hallo? Ja. Aki macht den Filter wieder an. Das hält doch keiner aus. Alles klar. So. Ich weiß, du hab heute schon nachgefragt. Ah, Lul. Lul. Stimmt. Warte, hast du mir vorhin den Genschen geschrieben? Ich? Nee, nicht du. So, hey. Aus meinem Stream. Ich werd in Genschen gefragt, wann der nächste Genschen-Stream ist. Ja, warum nicht, ne? Geil, ne? Find ich super. Soweit hab ich's schon geschafft, ja, ja. Der eine war richtig gut. Bitte was? Du, es geht los, das weißt du, ne? Ja, ja. Kannst du bitte wieder in den anderen Screen? Ich soll die ganze Zeit so streamen. Nein, geh in den anderen Screen. Geh in den anderen Screen. Also in den Gaming-Screen. Ja, mach ich doch schon. Ja, danke. Ja, nee, den Filter lässt du jetzt drin. Den Filter lässt du jetzt drin. Und für diese komplette Runde, den Filter lässt du jetzt drin, ey. Ja, aber nur, weil du das. Mhm. Das werden bestimmt wundervolle Clips, die ich wieder für dich schneiden darf. Ich seh ihn, oh mein Gott. Och, nee, nicht die Vorschule. Ich hasse die Vorschule. Aber hey, wir starten alle gemeinsam, by the way, wegen meinem wunderschönen Ding, was ich mitgenommen hab. Hi. Oh, das wird, das wird ne Katastrophe, ne? Oh, scheiße, Onryo. Oh, hi. Toast-Hawai schmeckt allen gut. Was ist mit dir? Ah. Scheiße. Wo ist denn die Ollo? Ich kann nicht nach hinten gucken. Verfolgt sie dich? Ja, sicher. Okay, sehr gut. Ich bin die erste, die hier ins Gesicht gerannt ist. Er macht den, den Jen hier. Alles gut. Bitte komm nicht zurück zum Jen, danke. Ich hab keine Ahnung, wo der Jen ist, den du meinst. Ja, den, den wir gerade machen wollten. Eigentlich. Ey, ihr... Die posten jetzt die ganze Zeit Emotes, damit meine Kamera überlappt wird, ne? Lol. Ihr glaubt, ihr seid smart? Ihr glaubt, ihr seid smart? Nee. Ja, könnt ihr mal sehen, ne? Oh, du hängst. Yes. Oh, der Killer backt ein bisschen rum. Beste Verbindung. Spielt bestimmt auf der Switch. Sorry. Gibt's Dead by Dead Light auf der Switch? Ja. Um Gottes willen. Um Gottes willen. Marina spielt das sogar. Die ist hier im Chat. Handvoll. Boah, ihr seid so fies, wisst ihr das? Ja, ist ja gut, ich mach den Filter ja weg. Ihr seid... Also, ich verstehe euch nicht. Nein, mach den... Lass den Filter an! Lass ihn an! Lass ihn an! Do it! Do it! Hör nicht auf den Chat! Die haben alle keine Ahnung von schönen Filtern. Lass ihn an! Ich... Ich... Ich verstehe es nicht, ne? Also... Ich verstehe euch nicht. Lass den Filter an! Wie, du machst den aus? Jetzt ist die alte schon wieder bei mir! Und irgendwie kommt dich niemand retten, ne? Richtig. Ich hab Jen gemacht. Don't mind me. Ihr habt Jen gemacht. Ich bin glücklich. Darüber, was ich geschaffen habe. Das ist eine einfache Runde für mich, ne? Mit Maus und Tastatur. Perfekte Runde. Ja, find schon. Ah, jetzt kommen sie mal. Guck mal, da kommen sie alle angerannt, die Kleinen, ne? Ne, nicht alle. Ich bin hier hinten. Ich bin nicht da. Geil, viel besser. Ich wollte Daddy und nicht den doofen Filz. Hallo, jetzt hat die den Filter ausgemacht! Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Was passiert, wenn so ein Auge im Dingens ist? Im Fernseher? Was ist ein Auge? Achso, das ist einfach nur das Video, was darunter läuft. Achso, okay. Dachte. Ich dachte, die beobachtet mich gerade, die Olle. Ist sie bei euch? Ja, ist sie. Nein, sie geht gerade auf. Ja, also sie ist bei euch. Ach nee, jetzt kommt sie zu mir. Ach, bist du hässlich, Alter? Geh doch weg. Wie die da aus dem Monitor rausgekrochen kam, Alter? Nee, sie kommt rausgekrabbelt, ne? Ist ja eklig. Du bist ja eklig. Das? Hä? Was war denn das gerade? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist die dumm? Ey, die Mac ist so dumm. Warum macht die denn den Generator nicht einfach weiter, wenn ich schon retten will? Ja, just saying. Der Killer ist, by the way, auch dumm. Die hat mich verfolgt. Ich bin im Kreis gerannt und sie hat mich verloren. Das ist ja so traurig. Geh ja wieder hier hin. Kann hier noch ein zweites Mal aus dem Fernseher kommen? Ey, geh weg. Ich habe noch ein zweites Mal aus dem Fernseher kommen, der an ist. Nee, der ist aus. Hä? Oh. Der war gut, der. Geht, check. Ah. Oh Gott. Hat sie mich erstreckt. Ey. Du. Ekelhafte. Boah, bist du hässlich. Fällt auf mit euren Anfollos und D-Abos. Was ist mit euch? Die lieben dich. Dein Chat liebt dich. Dein bestes Premium-Streaming-Abende. Ja, und ihr würdigt das gar nicht. Kann mich jemand runterholen von einem Haken? Du bist nicht mal eine Sekunde auf dem Haken. Und du willst schon noch abgepflückt werden. Aber ich darf da bis zur zweiten Phase hängen, ja? Ja. Weißt du, wie unfair das ist? Ich zeig dir jetzt mal, wie unfair das ist, ja? Ja, 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 ja. Komm mal her, du. Ja, jetzt kommt sie zu mir und wird sich die ganze Zeit hier teabacken, Alter. Ich sag's euch. Teabackst du jetzt hier vor mir, ja? Ja? Ja, ich sehe gerade nicht, deine Aura ist weg. Tja, gelitten. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Es tut ein bisschen weh, das piekt so ein bisschen. Das ist ein bisschen belastend. Keller Premium? Ja, du mich auch, ey. Komm. Mein Gott. Ich bin Aki. Ich bin bei Köln. Du musst erst mal gucken, welche Taste das ist. Ach, Mensch. Mein Gott. Frau, bitte. Kannst du mich healen? Danke. Wir rennen jetzt gleich da unten in diesen hässlichen Keller und machen diesen hässlichen Dingens fertig. Der ist fast fertig, okay? Können wir den machen? Bitte? Krieg ich mal einen Skillcheck? Nee, kriegst du nicht. Nur weil du mich pieksen willst, ne? Sag mal. Kannst du das jetzt mal lassen? Mein Gott. Frau. Hallo. Hallo, ey. Bitte. Mein Gott, ey. Girl. Hier unten geht es in den Keller. Hier drüben. Hä? Hier ist noch ein Loch zum Unterfall. Ich kenne mich hier schon aus. Keine Sorge. Ja, und ich bin vor dir an dem Ding. Ja, na und? Super. Ja, natürlich habe ich Wohlstandsverwahrlost gelesen, äh, gesagt. Verwahrlost? Ja. Wird was schön für heute. Arbeit ruft morgen. Viel Spaß beim, viel Dankschön. Willst du mir die Wangen kneifen? Ah. Da bitte habe ich getan. Aua, ist das... Wo hängt der? Da hinten. Könnt ihr so schnell gucken mit dem Dingens hier, ne? Mir wird davon voll... Ich kriege richtig Motion Sickness mit Maus hier. Ich nicht. Carina, schlaf schön. Bis morgen. Bye, bye. Don't mind me. Ich wärme mich hier am Feuer. Ja, damit würde ich verkacken. Das stimmt. Das ist euer Joker. Ich dachte gerade, jetzt kommt... Baby, Belle. Oh Gott, lass mich in Ruhe mit Barbara, Alter. Ja. Gottes Willen. Oh mein Gott, du Scheiße, lauf doch! Hey, ich seh's gerade bei dir am Stream. Cool. Oh, lol, und ich lauf direkt da hin. Alter, die hat mich voll verjagt, die dumme Kuh. Wo ist denn die alle? Wer ist denn da gestorben? Ach, du bist gestorben! Oh. Ja, ich bin gestorben. Ich such'n Jen. Arbeiten die beiden gerade an nem Jen? Mac rennt rum auf der Straße an nem Generator vorbei. Ich glaub, der Keller könnte hinter ihr sein. Die andere, die ist in einem Wohnhaus an nem Einzel-Gen oben. Aber auf der Straße war ein Generator. Ah ja, die Mac wird verfolgt. Auf der Straße? Dann geh ich da besser nicht hin. Oh, hier ist ein Generator. Ach so, das ist wahrscheinlich der, den du meinst. Yes, genau der. Ja, die sind grad hinten an der Schule. Da kannst du ruhig den Generator da machen. Ja, der ist aber nicht grad sehr weit, der Generator. Nö, aber er ist halt angefangen, ne? Ja, gut, okay. Stimmt auch wieder. Das hübscheste Hawaii-Toast überhaupt. Jetzt hab ich ja mal Haare offen. Jetzt kann ich mal gucken, wie ich mit pinken Haaren aussehe. Wenn sie nicht nur oben wären, toll. Na, super. Oder? Äh. Da fehlt die Ananas. Boah, warte. Wo ist denn die? Oh mein Gott. Carlos, dankeschön für... Oh mein Gott, 18 Monate hältst du's hier schon aus. Ach, du heilige. Carlos, danke für dein Resub. Oh geil, der Anzabat. Einer von euch beiden muss retten gehen, ne? Einer von euch beiden muss retten gehen. Ja, wahrscheinlich ich, weil ich glaub, die wird grad verfolgt. Nee, die ist oben. Ey, meine W-Taste funktioniert nicht mehr. Hast du diese Tastatur? Jetzt geht sie retten. Jetzt geht Elodie retten. Oh Gott. Boah, aber der Killer ist halt direkt am... Ja, kommt mir jetzt hinterher. Alles gut. Nee, lass mich in Ruhe. Och, du bist hässlich. Ich mag dich nicht. Ja, gut aushalten ist relativ, ja. Carlos. Oh geil, der Anzab-Button, mhm. Du hast aber schon gemerkt, dass du gerade resubt hast, ne? Hasst ist ein starkes Wort. Das stimmt. Und trotzdem hasse ich diesen Killer. Warum hat die Palette gezogen? Oh, äh, ups. Au. Es hat mich gepiekt. Manu. Das war der Witz. Danke, dass du ihn für alle in der letzten Reihe nochmal erklärt hast. Ja, bitte, bitte. Ich bin so ein richtiger Sai, nur ich erkläre einfach meine, äh, deine Witze. Aber ist nicht genau das genau doof? Frag für einen Freund. Ja, ja, geht so, ne? Ich gehe wieder zu meinem Generator. Der ist nämlich fast fertig. Hm. Wenn sie ihn nicht gehauen hätte, die dumme Kuh. Wo ist die Olle? Ich würde das gerne wissen. Elodie, äh, sie ist oben bei Elodie. Ja. Die läuft Richtung Schule mit ihr. Keine Ahnung, wo die Schule ist. Sehe ich so aus, als wüsste ich das? Ja, da in die Richtung, wo du guckst, ist die Schule. Ah, okay. Irgendwo da hinten, also. Alles klar. Yes. Oh, ich sehe sie sogar. Schön, was die da machen. Ne, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Eben habe ich sie ein bisschen gesehen. Kriege ich nochmal einen Skillcheck oder eher nicht so? Ja, danke. Muss ich auch hoffen, hallo? Tee ist leer. Alter, ich muss gleich gucken, was das für ein Perk ist, dass man ständig erblindet ist, ne? Oh, die Meg ist... Ja, okay, da hat der Generator jetzt geknallt. Dabei ist die Killerin jetzt Rose Steck. Und sie kommt zu mir, die Killerin. Will gleich aus dem Chat jemand mitspielen. Wir haben zwei Plätze frei, ne? Willib spielt ja eigentlich auch gern DVD. Vielleicht möchtest du mitmachen. Vielleicht möchte Marina mitmachen. Vielleicht möchte Marcel mitmachen oder Ice Day. Vielleicht möchte jemand aus meinem Chat auch mitmachen. Oh, ich bin dead on hook. Ich dachte, ich schaff's mal raus. Voll schade, dass kein Mori hat. Ha, 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 ha. Nein, ihr könnt natürlich mitspielen. Hallo? Ja, ihr könnt alle mitspielen. Auch in meinem Chat, ne? Wenn ihr mitspielen wollt. Guck mal. Hi. Ich habe in meinem Titel Mitmachen? Ja, das suggeriert ja schon, dass ihr auch mitmachen dürft. Ich sag's nur. True. Theoretischerweise würde das suggerieren, ja. Kann das leider nicht. Okay, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Dann ist das halt so. DVD, nächstes Mal wieder. Äh, äh. Rena wollte ich schon sagen. Marina. Kann bitte wenigstens einer entkommen? Lol. Und sie bleibt einfach direkt neben dem Haken stehen. Oh, der Haken ist aber schon ab. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, ist dumm. Ne, bleibt dumm. Stimmt, ja. Ja, siehst du, ich bin dumm. Kannst du mal sehen, ne? Ob die das noch schafft? Achso, ich guck übrigens noch zu, ne? Ich will nämlich wissen, ob die das schafft. Ja, kannst du gerne machen. Ja, gut. Dann warte halt auf mich. Ist okay. Ich seh nämlich dich schon in der Lobby. Lull. Das ist nicht schlimm. Ja. Mach mal meine Haare noch. Ich kann einen auf Moderator machen, wenn du das möchtest. Ich, äh, guck da ins Stream doch. Ich mach mal ganz kurz meine Kopfhörer runter, wenn du jetzt Bullshit über mich erzählst, ne? Also die Aki, ne? Die, 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 die Aki, ne? Also. Ha, also, ne? Ähm. Die Aki ist so wundervoll. Ich hab die Aki ganz doll lieb. Sie ist so wundervoll. Ich mag die Aki. Hat sie die Kopfhörer wieder auf? Ne, ne? Ne, hat sie nicht. Jetzt hab ich einen Ohrbaum. Hat sie nicht gesagt, lol. Ja, stimmt. Leute, schreibt mal ganz kurz bei Aki so, so in den Chat. So, oh mein Gott, nein, das hast du nicht gesagt. Oh mein Gott, was? Ne, das hast du nicht gesagt. Was? Ich hör dich wieder. Mhm. 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 Cool. Willst du mir was beichten? Ne, 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 ne. Ich hab nichts gesagt. Mhm. Mhm. Aki hat nette Dinge über Aki gesagt. Voll die Kriecherei. Sofort unfollow. Oh, ne. Also echt, ey. Das stimmt gar nicht. Ekelig. Ekelhaft. So was ekelhaftiges. Ekelhaft. Sag mal, Billip, seit wann bist du nicht? Bist du wieder sub? Äh? Das hast du nicht gesagt. Ja, doch, doch. Doch, das hab ich gesagt. Genau das hab ich gesagt. Alter, das hast du nicht gesagt, ja. Mhm. Doch, genau das hab ich gesagt. Mhm. Okay. Die letzte stirbt auch noch. Ey, Billip, sag mal, bist du wieder sub? Ich hab letztens gesehen, du bist kein sub mehr. Hast du aufhört, das heimlich zu machen? Das macht dich nervös. Ich bin die ganze Zeit abonnent. Abonnement. Abonnementi. Hey, gar nicht. Auf meinem Discord nicht. Da warst du blau. Nicht hell, helllila. Dann mag dein Discord dich nicht. Ich verkrieg mich einfach mal. Mach's gut. Ihr Double Trouble Arkeys. Oh, Alter, jetzt hat er Arkeys. Warte mal. Die, die, warte. Eigentlich müssen die uns großes A, Schrägstrich, kleines A, Key schreiben. Du, du meinst, warte. Du, du meinst. So? Ja. Das von Nandamus finde ich auch gut. Oh, das sieht irgendwie cool aus. Oh, Alter, wollen wir Aki-Merch machen? Mit dieser, also... Ja, Mann, zusammen Merch, ja? Alter, das wäre so gut. Das wäre so gut. Oh mein Gott. Kleines A, das ist doch ein Film. Oh mein Gott. So, Billip. Komm ran hier. Warte. Wir, wir machen, wir machen Merch zusammen, okay? Wir machen das. Wir bringen das. Let's go. Das wird richtig schön. Safco, du Lieben, ich verkrieche mich auch. Viel Spaß euch noch. Dann danke schön, dass du da warst, Marina. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Nein, Antrag abgelehnt. Was? Ich kann dich nicht einladen. Ich finde dich nicht mal. Du bist schon wieder... Du bist schon wieder... Guck mal, wo du stehst. Du bist nicht mal... Du bist ja nicht mal im Spiel. Oh. Also, Billip, ne? Billip, das müssen wir noch lernen. Den musst du einladen. Der kommt nicht von alleine. Den musst du einladen, ne? Ich renne echt keinem meiner Zuschauer mit Einladungen so hinterher wie Billip. Ich bin halt wichtig. Alter, das sieht schon irgendwie fancy aus. Hat schon was? Man sieht's nur bei dir nicht, weil deine Campe davor ist. Haha. Aha. Hoho. Ich bin in der Siebel. Ich brauch das Gefühl, gebraucht zu werden. Komm ran jetzt. Schwing dein Arsch in die DVD-Runde. Steck ne Banane in dein Ohr. Tut mir leid. Ich hab ein Ohrbomb. Wegen dem Sub von Carlos. Ich hab als Sub-Sound steck ne Banane in dein Ohr. Echt? Als Follow-Sound hab ich, äh, ich bin der Taubes Nissin, ja. Ja, das weiß ich, ja. Andere, dann ist mir das noch nicht aufgefallen. Wird aber beides noch geändert. Also, als Sub-Sound mach ich vielleicht, ähm, Dori, wie sie mora 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 schreit. In Japanisch. Wow. Und, ähm, als Follow-Sound mach ich vermutlich, ehe, ne, nanda, yo. Ja. Okay. Ich bin ne Genshin-Streamerin, das passt. Das passt, also bitte. So, warte, jetzt darf ich ja wieder... Ach, die sind eigentlich okay. Steck ne Banane in dein Ohr. Nicht auf Japanisch. Oh doch, oh doch, auf Japanisch. Ein Tote muss ich noch kaputt machen. So, was ich jetzt mache, wir kommen ja gleich in so ne Runde mit so nem Random. Mhm. Ich schreib da einfach jetzt jedes Mal in den Chat... Also, mit einem statt zwei, ja. Mhm, ich schreib da jetzt einfach jedes Mal in den Chat, steck ne Banane in dein Ohr. Mal gucken, wie viele Wörter davon zensiert werden. Oh, wow. Gar keins. Wow. Report. Philipp, komm in den Voice, wenn du möchtest, ne? Kommen sie dann? Report for hate speech. Oh mein Gott. Du bist nicht schüchtern, Philipp, du laberst Bullshit. Skipper! Skipper, was hat denn Skipper jetzt geschrieben? Keine Ahnung. Ich bin da auch da raus für heute. Alle verlassen mich, ne? Alle verlassen mich. Ihr seid alle auf eure Kosten gekommen, jetzt haut ihr rein, ne? Nein, alles gut, schlaf gut. Hallöchen, Ennis, willkommen zurück. Willkommen zurück. Deswegen labere ich ja Bullshit und darüber hinwegtäuschen. Kann ich denn, Philipp? Jetzt ist Philipp da, jetzt muss ich wieder einstellen. Philipp, red mal. Bitte sprechen Sie mit uns, Philipp. Mach dir doch... Ja, was ist mit Rom, ey? Oh Gott, bist du laut, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, mach ihn auf 80 Prozent. Das ist immer ein guter Schnitt. Arbeit ruft morgen um sechs, bis morgen. Philipp, kannst du mal ein bisschen mehr reden? Alles klar, Marcel, bye bye. Hab gut. Philipp, red, red, bitte. Mein Controller ist ausgegangen. Blipp, bitte. Blipp, bitte. Oh, es ist der Pinhead. Okay, gegen den habe ich noch nie gekämpft. Ganz sicher gekämpft, vor allem, ne? Äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, was der machen kann. Ich dachte, wir kämpfen. Ja. Dürft er? Dein Spielzeug, la 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 la. Was kann der? Oh Gott, der ist bei mir. Hey, bist du hässlich? Oh mein Gott. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ihh, der bimmelt ja. Oh, wie süß. Okay, jetzt mag ich ihn irgendwie. Der hat Ketten. Das sind keine Ketten. Das sind Ketten. Also, der Pinhead, der steht so auf Anketten. Und so, weißt du? So auf Anketten. Oh, oh, oh. Oh, schön, dass er das mit mir macht. Oh. Danke. Ich fühle mich geehrt, Kumpel. Nee, der kettet mich ja schon wieder an. Nee, er hat seinen Würfel gefunden. Also, ich will ja nichts sagen, ne, Kumpel. Aber so weit sind wir dann doch noch nicht, dass wir hier Kettenspielchen machen, klar? Ah ja, sag mal. So weit sind wir halt echt noch nicht, dass wir hier Kettenspielchen zusammen machen. Also, er ist schon so weit. Nee, ich aber nicht. Mein Gott, er wird geleckt, oder? Facecampt, der mich jetzt ernsthaft. Facecampt, der dich jetzt? No way. Ih, der Facecampt. Minus Rap Facecam. Äh, Facecam. Ich kenne sich mal ein bisschen, der Face-Stream-Sniper. Ihr könnt jetzt kommen. Komm vorbei. Ich komme, Billipp. Der macht sich nicht mal die Mühe, mich selber aufzuhaben, weißt du? Der macht sich nicht mal die Mühe. Nein, die Ketten machen das für ihn. Ja, natürlich machen die Ketten das für ihn. Er steht auf Fesselspielchen. Da ist meine Dingels. Ich muss mit der kommunizieren. Lass mich mal runter. Ey, du Affe, Alter. Geh weg. Ich mag dich nicht. Deine Eltern haben dich auch nie geliebt, Kumpel. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ah, hier kommt schon einer, mich befreien. Ja. Den wählen wir. Der Skipper. Weißt du, wir bewegen uns nicht und er ist trotzdem zu doof. Please, hilf mich. Danke. Schön. Ja, viel Spaß mit ihm, Billipp. Hab den doch gar nicht. Wie so ein Popel abgeschmiert war. Ich glaube, sein Spielzeug. Ich glaube, sein Spielzeug. Ich muss mit dem Scheiß hier kommunizieren, Warte. Hat er Spielzeug, äh, hat er Hex Spielzeug, ne? Äh, ich meinte einfach seinen Würfel. Achso. Was auch immer sein Würfel ist, ich weiß nicht, was der macht. Also, sein Würfel macht... Würfelt er, spielt er Würfelspiele? Oh mein Gott. Wenn er ihn findet, dann, ähm, werden wir alle von Ketten einmal so quasi gefesselt und schreien, dann weiß er unsere Position. Danach beginnt die, die Ketten, äh, ja, die Kettenjagd. Ah, okay. Uns verfolgen ständig Ketten, wir werden festgehalten und wir werden in allem, was wir machen wollen, gehindert, weil wir festgehalten werden, weil alles scheiße ist. Das war das also gerade eben. Wir können uns trennen, müssen unsere Ketten, äh, entfernen. Äh, ja. Das war das also gerade eben. Hi! Geh weg, ich mag dich nicht. Ja, er wäre andersrum gelaufen, ich versuche dich... Oh, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So, er ist jetzt gerade zu Billipp, weil der sich den Würfel geholt hat. Du musst den Würfel halt lösen. Weil wenn der Würfel rumliegt, dann, ähm, ist um uns herum, fängt diese Kette an sich aufzuladen. Wenn die voll ist, dann beginnt auch die Kettenjagd. Okay, ich weiß nicht mal, wie der Würfel aussieht, wahrscheinlich wie ein Würfel. Äh, ja, ein gelber Würfel, der irgendwo in der Gegend rumliegt, den siehst du, wenn er, wenn er wieder da ist. Jetzt gerade ist er gelöst worden, also gemacht worden. Und, äh, ähm, ja, liegt halt gerade nicht rum. Aber wenn er nachher wieder rumliegt, siehst du den. Billipp, spielst du gerade mit dem? Ja. Oh, so ein bissl. Oh, wie süß. Hm. Äh, geh weg! Oh. Ne? Äh? Oh, er will dich. Okay, er will Elodie. Er hat meinen Generator mit der Wand getreten. Äh, lass mich! Du hättest doch schon längst weglaufen können. Ja, hätte. Da kannst du dich heilen, falls er dich in Ruhe lässt. Ne, er lässt mich nicht in Ruhe. Äh! Herr Billipp ist der Würfelbeauftragte. Aua! Ach, du bist hässlich. Ich mag dich nicht. Deine Eltern haben dich auch nie geliebt. Alles gut, wer? Wer ist die Schläge? Oh, just myself. Na, wenn du das schreibst, habe ich direkt Doris Stimme im Kopf. Hast du, äh, hast du, äh, bist du da hinten bei ihr? Äh, bei Aki, Billipp? Ich habe einen Killer am Bubz. Der hat mich gesehen. Der hat bedroht. Irgendwie ist niemand bei mir. Aki, halt durch. Ich versuch's. Das piekst so ein bisschen in meiner Schulter. Keine Ahnung, warum. Aua! Hallo, ich habe gesagt, durchhalten. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, mache ich ja schon. Ist okay. Oh, oh, ich werde zweifach befummelt. Geil. So, wo war das Ding nochmal? Ich muss mal ganz kurz hier hinten hin. Also, der Würfel, wenn du dich jetzt umguckst, ist da hinten jetzt gerade noch ein Weiß. Nö, ich muss mit meiner Glyphe kommunizieren. Okay, ich sage nur, wenn du dich umguckst, siehst du einen weißen Würfel. Und unsere Name ist so eine Kette, die sich langsam aufführt. Bevor die komplett aufgeführt ist, müssen wir den Würfel lösen. Der wird dann auch von weiß langsam Richtung gelb. Ich nehme dir mal den Killer ab zur Abwechslung mal. Ich bin dead on hook, das ist ein bisschen belastend. Er will dich, er will dich. Ja, weil ich schon angedingert bin. Ja, ich bin dazwischen, aber ich bin halt auch dead on hook, ne? Ja, du kriegst ja den Speedboost. Wenn du getroffen bist. Ich bin trotzdem zu blöd, das zu machen. Ah, da kann ich nicht mehr ran. Korrekt. Ja, dann seht ihr zu, wer euren Würfel macht. Wer diese krassen Rätsel löst, ja? Krasse Rätsel, okay. Den Würfel kann ich nicht machen, Leute. Oh, jetzt will er, glaube ich, mich, ne? Ja, natürlich. Mann, ich habe gerade einen Husten, fang ganz so bitte woanders hin. Mann. Danke, random. Mein Auge dreht bitte, hör auf, wenn ich... Steck ne Banane in dein Ohr. Ich habe ein Ohr. Mein Würfel, geh weg, geh weg, meiner. Ihhh. Seid bin Würfel geklaut. Ach, das habe ich ihr mitgelt. Der Killer ist schon wieder hinter mir. Der Tunnel. Wo ist denn der? Oh, hier ist er. Wie kann er mich nicht sehen? Äh, ich glaube, der Killer hat einen Disconnect. Er läuft gerade gegen die Mauer. Ähm. Ja, er hat Disconnect gehabt. Geil. Er ist gerade voll eine Elle gegen die Mauer. Heißt der? Oh, ich musste gerade in den Schrank. Ich habe Hustenanfall gehabt, Alter. Pringle heißt der. Yo, Pringle, wenn du in meinem Chat bist und gehört hast, dass ich gerade einen Hustenanfall habe und du deswegen von mir abgelassen hast, Ehren, Bruder. Ich kann kein Englisch, es tut mir leid. Ehren, Bruder, Ehren, Schwester, Ehren, alles. Oh. Tut mir leid, ich kann kein Englisch. Ich habe das jetzt einfach so geschrieben. Oh, er hatte Mori mit. Just saying. Didn't get the Mori anyone? Nope. Das Mori ist auch nicht. Nope. Oh, das brennt im Auge. Heißt du, you got the Jones? Okay. Nein, tschüss. Bis dann. Oh. Okay. Jetzt geht es langsam. Ich glaube, ich würde mir so langsam gerne mal meinen zweiten Energy holen. Do it. Ich habe die ganze Zeit schon gar kein Tote weggemacht. Ja, dann machen wir ganz kurz Pause. Eben fünf Minütchen. Fünf Minuten? Das ist ein bisschen viel. Meine Küche ist hier direkt nebenan. Ah ja, aber dann lass mich wenigstens kurz auf Klo gehen. Ich muss eben Wasser lassen. Ja? Viel Spaß dabei. Bis gleich. Danke. Danke. Ich bin gleich wieder da. Randalööö. Randalöö. Hallo. Ich bin wieder da. Guten Tag. Wie geht's? Wie steht's? Ich habe so ein Ohrwurm. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Uff. Big Uff. Kann mir bitte jemand diesen Ohrwurm entfernen? Bitte. Irgendwie. Egal wie. Philipp, bist du noch da? Philipp? Philipp? Hallo. Guten Tag, Mann. Ich glaube, du bist ein bisschen leiser als Aki. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich mach dich mal minimal lauter. Ich weiß nicht, ob ich dich auf 100% machen soll. Ich lass das jetzt einfach mal so. Dann warten wir mal eben auf Aki. Das hört sich so weird an, wenn ich das sage, weil ich auch Aki heiße. So. Das ist so weird. So. 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 muss knacken und es knackt nicht. Ich hasse mal es. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Oh mein Gott. So, was könnte ich denn machen? Ich habe noch Blutpunkte. Blutnetz, komm ran. Stufe 15. Gut, jetzt habe ich keine Blutpunkte mehr. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Opfergabe mitnehmen soll. Gut, jetzt habe ich Mm-hmm. So, ich bin wieder auf. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Haha. Mein Gott. Gerne. Frau, was ist mit dir? Oh, du. Wo soll ich da anfangen? Hahaha. Warum spiele ich eigentlich noch die ganze Zeit sie? Ich würde gerne mal wieder meine Heddy spielen. Deine was? Heddy. Okay. Heddy. 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 Jetzt geht's los und ich wollte gerade auf anpassen gehen. Danke. Kannst du ja jetzt immer noch machen. Ih, nee. Irk, nee. Ja, doch, ich nehme mal das. Wird doch schön aus. Die Frisur ist ja mit diesem Outfit, glaube ich, hier gekommen. Ja. Aber ich finde dieses Outfit mit der Frisur viel cooler. Das sieht auch saugut aus. Ohne Scheiß, die Haare wollte ich auch gerne so haben. Die sind irgendwie cool. Hat was. So der Ansatz blau und die Spitzen schwarz und dann machst du die Haare hoch. Hat Arki, da hab ich dem großen A nicht was vergessen. Siehe, Chad. Was, was, was ist? Du bist so leise gerade. Was willst du? Arki wollte doch was in den Chat machen. Ja, stimmt. Steck der Banane in dein Ohr. Oh nein. Schon verkackt. Alles muss man selber machen. Einmal mit Profis arbeiten. Wenn der Billib nicht wär, ne? Ich hab das doch eigentlich auf Störungen V, aber irgendwie geht das hier nicht in DVD. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist DVD. Das sind immer die anderen. Störungen V geht hier halt echt nicht. Natürlich nicht. Nö, nö, ist okay. Ja, ist... Sag mal! Warte, 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 warte. Ich mag Billib nicht. Mäh. Mäh. Ja, das... Das tut mir leid. Das ist jetzt aber nur mal ein fester Bestandteil. Ich weiß, das ist gut. Weil... Jetzt mag ich ihn noch weniger. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich muss mir mal ganz kurz ein Blatt Papier aus meinem Block abreißen. Weil ich keinen Bock hab auf Fruchtfliegen in meinem Energy. Ich muss noch eins zerstören. Nein, ich muss noch eins zerstören. Mir ist scheißegal. Was wollt ihr von mir? Aki ist böse. Warum? Was tut sie? Sie macht Dinge kaputt. Oh, okay. Vollkommen okay. Oh, es ist die Sprit. Die Sprit? Was ist mit Sprit? Sprit ist teuer, ja. Das weiß ich, aber was ist mit Sprit? Und natürlich will sie mich. Ich hasse die Sprit. Das ist Karma. Alter. Die Spirit. Scheiß, komm her, du Sack. Die Spirit nicht Sprit. Digga. Spirit, das Gespenst. Drei Wettertaft. Ach guck mal, da hinten ist sie. Ach lol, hier bist ja auch du. Ach Mensch. Ah, hallo. Bitte geh weg. Schmier die nicht an mir ab wie so ein Popel. Danke. Ich hab' dir mich gefrocken. Oh, die Block hast so einer. Ey, ich werd' dich nicht vom Haken. Und was ist raus? Selva schuld. Ich werd' dich so nicht vom Haken. Und ich werd' dich so was man nicht vom Haken. Du wirst so lange liegen. Ja, krieg dich so immer feste drauf. Ah. Was? Du schön abgeschmiert, ey. Oh ja. Oh, das hast du so verdient. Dafür, dass du die Schrank schön und, ne? Ja, und wer... Ja, ja. Leute, ich bin... Oh mein Gott. Nein. Was macht ihr da? Könnt ihr mal aufhören mit dem... Ey, du hast abgeschmiert. Ja, und? Ey, du hast uns doch erst verraten. Ich war grad außerhalb des Spiels. Es tut mir leid. Ich wollte dir ein hilfreiches Boon-Totem machen. Ich wollte ein wunderschönes Spiel. Ja, dann mach das woanders hin. Ich war grad leider außerhalb des Spiels kurz. Es tut mir leid. Ich hab' den... Ja, mach den Haken frei. Mach den Haken frei. Das kommt. Lol. Mach die wirklich. So ein Doppel. Ich häng' trotzdem. Ja, weiß ich nicht. Hineinander. Nee. Ja. Nee. Ey. Du bist so einer. Sie kommt zum Haken zurück. Ey, ich renn' auch noch voll rein, Alter. Oh, sorry. Das muss so sein. Wo seid ihr? Ich brauch'n Heel. Ja, ich würd' ja heilen, aber ich kann ja nicht. Wo seid ihr? Ein Niederheel. Danke, ich seh' gar nicht, wer da spielt, aber danke. Bin im Hauptgebäude. Ja, und sie ist da hinten, Alter. Ich versuch' ins Hauptgebäude zu kommen. Das ist das Fette in der Mitte, ne? Yes. Gut. Ah, ich spiel' grad mit einer Hand. Ich kann grad nicht. Es tut mir leid. Ich... Ah, 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 äh, 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 äh. Soll ich dich heilen? Hier drüben ist einer, ja. Ähm, wo bist du? Ah, hier. Ah, hier, ah, da, danke. Halt still. Ich halte doch still. Lauf, 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 lauf. Nicht in die Richtung. Okay, jetzt weiter. Weiter, 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 weiter. Weg. Äh, bitte befummeln Sie mich. Dankeschön. Das Tod in meinem Hauptgebäude hab' ich auch kaputt gemacht. Wie sie darauf gar nicht eingeht, äh. Ich hab' gesagt, bitte, aber fummeln Sie mich. Ja, hab' ich doch getan. Vorsicht, da hinten liegen die Nächsten. Der, die das Nächste. Der, die das Nächste. Warum machst du eine kaputt? Ich hab' drei kaputt gemacht. Ja, brauch' nur eins, ja, und machst dann drei kaputt. Da sind zwei mehr als eins. Oh. Ihre Haare fladdern. Fladder, fladder, fladder. Ja, drei, drei wettertaft. Hi. Nein, nicht sabotieren. Mein Gott, ich will doch hier hin. Ah! Pff. Ich würde rennen. Ja, tu ich auch. Ich empfehle rennen. Tolle Empfehlung. Äh, nehm ich ernst. Mach ich. Oh, du musst dir angewöhnen, auf jeden Fall, in solchen Vorrichtungen, wie gerade eben, wo die ganze Zeit mauern und alles sind, irgendwie ein bisschen zu bleiben, weil du lieber da versuchen kannst, sie auszutricksen, als, äh, auf dem offenen Feld. Aua. Das hat weh getan. Wir wollten noch das andere Wiggen bei mir reinmachen. Ja, kann ich dir gleich zeigen, wo du das einstiegst. Ach, dankeschön. Frau, du bist hässlich. Äh, äh. Ich mag die nicht, die ist hässlich. Boah, wir haben noch keinen einzigen Generator. Oh cool, ich wurde direkt runtergejettet. Ja, ich habe mich eigentlich auch in der Nähe versteckt, aber da war jemand näher dran als ich. Mhm. Los, healen sie mich. Ey, die spielt aber auch ganz schön toxisch, ne? Dezent. Also, die lässt uns ja nicht mal ein bisschen Zeit, einen Generator zu machen, meine Güte. Die ist wie ich? Lol. Schlimm. Ich bin als Killer so ungefähr genauso. Nee, geh weg! Ich mag dich nicht! Ich bin dead on hook! Lass mich in Ruhe! Nein! Du bist hässlich! Niemand mag dich! Mist! Liegst du an der Palette? Äh, nee, die Palette ist down. Ja, ich bin dead on hook, also... Spielt ohne mich weiter. Ich kann auch nicht sabotieren, ich habe hier leider... Hm. Aua. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Meh. 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 I'm sorry. Ich muss mal ganz kurz, ähm, was fragen. Wartet. So. Wunderschön machst du das, Aki. Ich würde aber das... Ich würde die Kabel da unten so ein bisschen austauschen, weißt du? Das geht das schneller. Ja, ich bin dabei. Ja, ja, gut. Nee, nicht das rote durchschneiden, dann macht's boom. Nee, ich habe das gerade angelutscht, damit das an dem anderen ranklingt. Ah, ja, ja, das mache ich auch immer so, das ist gut. Nimmst du da nochmal abgelutscht? Es prickelt so schön auf der Zunge, ne? Ja, es prickelt so schön. Oh, lol. Ich bin aus Versehen aus den Zuschauern draus. Der Anstands-Gen ist an. Das heißt, der Anstands-Gen ist schon wieder. Ja, weil... Es ist nur ein Generator, aber ist jetzt angemacht worden. Ach so. Ach, jetzt haben wir Zeit. Oh, wow. Oh, wow. Ihre Haare sind schon so ein bisschen hässlich. I'm sorry. Ey, die hat doch Barbecue. Warum? Warum wusste die, dass ich hier rumstehe? Oh, meine Güte. Hätte die nicht zu anderen hingehen können? Warum ist die denn nicht einfach zu der anderen hingelaufen? Run, Forrest, run! Ist der Wille. Au ab! Ne, 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 nicht mit mir. Ah! Weh! Ah! Du kannst das sau... Ah, scheiße! Du kannst das sau gut. Ich nicht. Ne, das ist jetzt Glück. Das ist Können. Das ist Können. Kein Glück. Können ist das. Können. Pures Glück! Ah! Ich hab grad was anderes außer Pures verstanden. Oh mein Gott! Es hat mich fast gekillt, dass sie sich an den Generator gesetzt hat, die Wölle Kuh. Nein, ich war doch schön drüben! Oh, ich hasse das Spiel! Den installieren hab ich gehört. Oh! Ey, da war ein... Da war ein Haken. Oh. Ach, die will mich an den... An den Skirchook bringen! Okay, das musst du mir jetzt auch erklären, was das heißt. Äh, Skirchook ist ein Perk vom Killer, wenn er dich auf einen von drei oder vier besonderen Haken im Spiel aufhängt, dass der Generator mit dem meisten, äh, Fortschritt dann explodiert. Und wenn die Leute dran sitzen, schreien sie auf. Wow. Ich mag das Perk. Ich will das haben, als Killer. Ist von der Künstlerin. Von der Rablay. Die hab ich nicht mal. Die hab ich nicht mal. Mist. Schade. Oh, oh, sie weiß, wo sie ist. Sie hat... Oh, 4% Pipo Sprint! Äh, ja! Oh, jetzt will die mich. Ich kann nicht mehr. Ich hab aber auch ein Glück. Run, girl, run! Run, Forrest! Run! Wenn ich mich selber vom Haken hole, dann, äh, hab ich auch das Ding ausgelöst. Ist ja geil. Ich kann jetzt einen Hit tanken. Oh, die hat mich gesehen, ne? Oh, scheiße. Ich kann jetzt einen Hit selber noch tanken und dann ist vorbei. Oh, Mädel, kann mir doch nicht... Oh, hol dich! Wow! Alter, wie hat sie das verfehlt? Ich hab mich... Alter, ich hab mich voll erschreckt vor ihrer Visage. Haha. Du hast dich grad angehört, bist du ja... Haha. Ah, hilf doch. Äh, flieg gleich. Nein! Oh, Gott, warum schaffe ich so viele 360s gegen sie? Hua! Ah, 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 ah! Was ist das denn? Ich weiß es nicht, ich hoffe, die anderen hat sich geheilt. Alter! Sei er nach Pippen. Lauf doch, lauf! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich bin jetzt grad zu erschrocken. Jeet! Ey, du hast nicht mal 10 Sekunden ausgehalten, du dumme Kuh. Da hast du ne Palette! Vielleicht ist sie genauso gut wie ich, also gar nicht gut. Hey, vielleicht morriet sie dich. Äh, morriet sie dich. Ne, dafür müsste ich nochmal hängen. Ach, stimmt. Kommt dir sogar entgegengekrabbelt. Ach, bist du freundlich. Ja. Also, Frau, ich würd's ja mal versuchen mit eventuell so nem Kamm oder ner Bürste. Just saying. Die hat keinen Respekt vor 4% und dafür, dass ich sie so richtig gut geluket habe, ne? Wär ich Killer und jemand würde so... Ich dachte, die Dings ist neben mir auch gehört. Würde so gut gegen mich spielen, dem würde ich die Luke geben, ne? Same. Same. Dem würde ich auch die Luke geben. Und gleich ist Schwabbeton. Nee. Da bin ich nicht vom Ranking her. Ich hab mein Totem Herausforderung geschafft. Yay! Was heißt das, was der da geschrieben hat? Äh, hab ich leider schon weggeklickt. Ich hab's nicht gesehen. Äh, guck mal bei mir im Stream. Ich kann kein Englisch aussprechen, am so sorry. Ich bin zu schlecht für Englisch aussprechen. Das mach ich nicht. Oh, ähm. Hatte sie Power Struggle? Was hat sie für, äh, Perks? Wer war das denn? Piff die Puff. Mikaela, ne? Ach, ähm. Mit, äh, ich glaube mit Power Struggle kannst du... Geh mal bei der Mikaela auf das dritte Perk. Mit der Maus da drüber. Flip-Flop. Ja, genau. Flop-Flop. Bleib mal drauf mit der Maus. Genau, du erholst dich damit schneller. Und dann geh mal auf das Perk daneben. Rechts daneben. Genau, das ist wildes Herauswinden. Das heißt, du liegst, du kannst dich schneller hochheilen und wenn du einen gewissen Fortschritt hast, kannst du, wenn du in der Palette liegst, oder der Killer mit dir auf dem Rücken durch eine Palette durchgeht, kannst du ihm die Palette auf den Schädel ziehen und dich selber befreien damit. Aber diese Konstellation zu schaffen, ist echt schwierig. Also das passiert nicht oft. Und Hallöchen, Sweet Ishigo. Ich wollte Inkognito lesen. Entschuldigung, Ishigo. Hallöchen, einen schönen guten Abend. Der Name kommt mir auch irgendwo ja bekannt vor. Ah. Der Name kommt mir auch bekannt vor. War der auch schon mal bei mir? Sweet Ishigo. Nee, bei mir ist diese Person zum ersten Mal. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Alter, ey, aber ich hab das echt, ich hab das endlich mal gut geloopt und dann krieg ich einfach nicht die Anerkennung, die ich verdient hab. Aki. Ja. Das war sehr toll von dir. Danke. Aber ich wollte die Anerkennung vom Killer haben. So, ich bin ready. Blipp? ich bin so dem ein oder anderen street man unterwegs das kann dann schon möglich sein ich weiß woher ich dich kenne aus der schwabbel community kenne ich dich ja jetzt weiß ich es perfekt ich streame heute im übrigen mit der lieben arki nein ich rede nicht von meiner zweiten persönlichkeit sondern ich streame heute zum ersten mal seit einem seit ungefähr einem jahr dead by daylight don't mind me ich spiele normalerweise genshin impact ich weiß perfekte kombination diese kombi ist super ja bist du da ja hallo ich bin ich weiß was sagt mir auch was sagt mir auch was achi bitte mit zwei ja das tut so weh aua aus arki mit großem a und doppel i und ich bin kleine achi also die warte mal klein achi haben wir schon mal geklärt wer von uns die größere ist in person ja du ich bin 164 was du bist du kleiner zwerg hallo du bist ein kleiner knuffel wie groß bist du 178 178 cool du du kannst du kannst du kannst mir auf den kopf spucken ich komme ans oberste regal bei den bei den einkaufsgeschäften genau ja fickt euch obwohl nein das stimmt nicht ich komme mittlerweile nicht mehr an die oberste stange ran wo die klamotten drauf hängen ich muss wirklich wie wieso weiß ich nicht was ne wieso die kleinen verkäufer und verkäuferin diese lange stange nehmen und die dinger da runter haken und mir das teil in die fresse hauen weil ich zu doof dazu bin oh es werden infos gesammelt also die kleine a key die mit großem a geschrieben wird und doppel i und die große a key die mit kleinem a geschrieben wird und doppel i ja sehr verwirrend ich bin größer als a key keck wie ja schickst du das ist auch nicht schwer es ist nicht mehr größer zu sein als ich ich bin wieder da internet ist bei mir komplett abgeschmiert okay so hier willkommen zurück willkommen zurück ja ich komme tatsächlich also bei mir ist das so im kühlregal hat man ja vorne immer also beim kühlregal im einkaufen da ist ja immer unten so eine kühlungssystem gedönster ne also das ist ja wie so ein regal ich stelle mich unten einfach immer drauf um oben ranzukommen ist mir egal das mache ich das machen aber viele kann ich auch irgendwo verstehen weil wie was wir sonst machen wird es jetzt für jeden kleinen scheiß da ständig einen einkäufer kassierer kassiererin irgendwie ja verbar soll ich sagen beschlagnahmen schlagnahmen schlagnahmen mit mit geil ich hasse diese map es ist der schrank ich mag dir nicht das hässlich ja er ist hier bei mir nicht in die schränke reingehen genau nur einzumachen und vielleicht laufen er kommt also 0 er wäre natürlich mich ja komm nur weil ich diese häschen und habe echt jetzt ich mag die shop und go kassen ach die wo man selber bist du hässlich es ist halt echt aus wie so ein schrankpimmel er sieht halt echt aus wie so ein pimmel der aus dem schrank kommt um was geht es in dem spiel du musst den killer entkommen und fünf generatoren machen damit sich die tore öffnen also du die tore ebenfalls die aktivieren sich dann du kannst die tore öffnen und dann kannst du raus liegst du zweimal im haken also zweimal in dem status wo ich hier gerade bin ja beziehungsweise er hat mich liegen lassen keine ahnung warum ja also du musst den killer entkommen das ist das einfachste wie man das erklären kann hol dich jetzt hoch ist mir egal und du hast halt verschiedene killer dankeschön kannst du noch ein pflaster auf mein knie machen ich hätte aber gerne häschen pflaster ja ja bitte aber ich hätte gerne noch ein häschen pflaster das wäre sehr sehr nett also ansprüche ja ein häschen und ein kätzchen pflaster er ist da hinten okay wir werden gleich laufen müssen kann sein dass ich dich nicht durchkriege erst blind oder lauf 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 am der todenschalter ist ein perk wenn du also jemand wird aufgehakt du sitzt da bei am generator und wenn du ihn los lässt dann wird der generator verschlossen ist aber automatisch los wenn er gehört schon katja ok dann halte ich selber mein freund ich vielleicht schließt die ganzen schränke lol ja ist auch richtig so aber er bekommt ein signal dass da jemand dass der schrank verschlossen wurde nur dass du bescheid warst nicht dass du dich erschreckt das ist dann kurz danach im schrank so ruckelt und rumpelt und so kann da ruhig machen muss mir relativ ich würde gerne an einem gerne hat euer mitspieler auch ein twitter account bild hast du einen twitter account stößt du er hat einen twitter account ja er ist auf twitch ich finde keine generatoren wenn es so dunkel ist billibs streamst du auch weil dann würde ich dich auch verlinken ne ne habe ich gar nicht nötig die scheiße danke danke so disrespektvoll hier heute noch ich sehe nichts ich sehe nichts ich auch nicht hi wie soll ich denn abschmieren wenn ich die anderen nicht sehe wo seid ihr alle echt schlimm auf der auf der karte hier lol ich habe das geschafft mit dieser gelben glyphe ich habe einen generator gefunden also dieses schreien von den hässlichen kindern das geht mir auch so ein bisschen auf den sack warst du das gerade bei mir oder im käfig das wird oben unten unten und ok oh lol tschüssikowski gute nacht schatzi schlaf gut nehmt euch ein zimmer wir haben ein schlafzimmer zusammen stell dir vor ja mensch aber er geht jetzt schon schlafen ich noch er ist oben über dem haken oh er ist auch runtergefallen alles klar cool ich bin immer noch hier oben ich mache mal den generator weiter hast du auch einen tik tok account ja ausrufe zeichen tik tok oder guck einfach mal in meine unserem stream in die cards rein rechts an der seite ach ja sogar zwei tik tok accounts ich habe genau ich habe zwei tik tok accounts ich habe ein für für zeichen sachen zeichen tutorial zeichnungen und sowas und einen für twitch clips das war das noch mal für eine hässliche glocke das ist weil der eine generator angegangen ist also ich habe gerade ganz kurz einen fall bekommen in der card steht tik tok drin du musst runter scrollen sonst ausrufe zeichen social da gibt es den card link auch alles verliebt ich habe gerade die menschleer geschaut dieses haus erinnert mich voll an das von dem die mann müssen auch die menschleer weiter gucken wie rena ich weiß tatsächlich nicht um welches haus es geht ich habe nur erste staffel geschaut habe ich nie da war da glaube ich noch gar nicht dabei ich bin mir nicht sicher das ist schon lange her tatsächlich ja jetzt ich habe gehört man könnte die richtung machen da gibt es das spiel für die xbox runter gibt es dbd für die xbox weiß dass einer von euch ja 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 das sind so ein wow gänchen nimm dir ein beispiel just saying doch erste staffel ok also ich weiß dass da ziemlich viele folgen in einem haus waren vielleicht ist es doch das ach der typ ja ok jetzt weiß ich wen du meinst hört auch so hässlich zu schreien ihr hässlichen kinder mein gott stellt euch nicht so an ich weiß gar nicht wo ich hin renne nee der kommt jetzt nicht wirklich zu mir oder wo ist denn der keine ahnung nicht bei mir bei billib ist er ja und billib ist direkt bei mir billib du bist gerade an mir vorbeigegangen ne ich stehe direkt daneben ich stehe direkt daneben ja solange er dich nicht spring doch mal dazwischen altemägisch bist du denn wo seid ihr ach da seid ihr ja voll abgeschmert dann kann ich billib aufheben ja ich ziehe ihn weg dann könnt ihr mich auch aufheben wieder oder vom haken holen wenn dem tpx wie blöde aber so richtig übertrieben also bei mir ist er nicht mehr ja weil er bei dem bei dem wenn du bist der sich viel krass hält 3 2 1 darf ich zu euch kommen könnt ihr mich hier hin ja klar ja weißt du wo wir sind ja so ungefähr die richtung weiß ich da hinten seid ihr hier hi ich befummelt mich bitte danke ach geil es nervt so dermaßen dass es Genshin nicht für die xbox gibt es nervt so dermaßen dass es Genshin nicht für die xbox und allen möglichen generellen plattformen gibt für die playstation gibt es das ja wow wenigstens das hier war glaube ich ein generator ne ja geil hi was geht denn hallo na wie geht es wie steht joa und was hast du heute so gemacht es ist dunkel ja ja das stimmt leider auch ein paar killern weggelaufen naja ok und ja und du so ja ja ungefähr genau das selbe wie du bin schon ein paar mal verstorben heute leider das piekst immer so wenn die wenn die anderen Haken hängen ne das tut immer so ein bisschen weh ja ich weiß es nicht und die Ohren tun auch so weh weil wir so schreien das ist hm hm ja Schrecklich. Naja, war ein schöner Tag. Schönes Gespräch. Ja, bis später. See you later, Alligator. Bis später, Silja. Bis bei Trion. Oh, hier ist ein Toter. Tote! Ja, und genau aus diesem Grund... Genau aus diesem Grund... Ich verstehe nicht. So sehr, raus aus den Schrecken raus. Oh ja, ich werde verfolgt. Ich sehe immer noch nichts. Ich sehe auch nichts. Keine Sorge, don't mind me. Sag mal ein bisschen leiser. Ich muss den Generator hören. Oh, scheiße. Fuck. Oh, ich häng das erste Mal. Alles gut. Ja, ich bin dead on hook. Nein, bist du nicht. Nee? Ach nee, stimmt. Stimmt. Das war die letzte Runde so. Stimmt. Ach, Kinder, hör auf zu schreien, Mann. Mein Gott, der kam hier gerade raus. Glaub ich. Jihihi, er ist bei mir. Wooo, hi. Na, du hästiges Stück. Oh, jihihi. Jihihi. Fass mich an, los. Oh, Junge, bist du hässlich. Ey, Mami. Mami, Hilfe. Ich mag den nicht. Oh, Mami. Mama, Hilfe. Wie bin ich eigentlich in diese Situation schon wieder geraten, hä? Jihihi. Nein, wie? Lass mich. Also, kann ich dir sagen. Du hast gesehen, dass ich Dead by Daylight spiele und hast so gefragt, Aki, wir mal zusammen Dead by Daylight spielen. Ich habe gesagt, ja, können wir. Warum habe ich das nochmal gemacht? Ich spiele eigentlich Genshin. Genshin ist eigentlich so voll das Chillumelo-Game und dann kommt das hier, oder? Ja, dann kommst du mit der Scheiße. Ja, dann kommst du mit der Scheiße. Ich versuche durchzuhalten, alles gut. Ich bin aber nicht gut in Skillchecks, ne? Auch wenn der Balken gefühlt die ganze Tabelle hier groß ist, also. Ja, Billip holt dich schon, keine Sorge. Habt ihr schon voll lange auf TikTok gefolgt und wusste erst gar nicht, dass du ein Twitch-Account hast? Was? Das steht in der Bio drinne sogar. Ja. Natürlich habe ich Twitch. Hier sind einfach zwei Generatoren richtig nah beieinander. Ich könnte weinen. Dann wein doch. Go for it. Ich bin heute sehr, sehr lustig unterwegs. Ich weiß. Hier. Danke. Ach, du bist das, Billip. Hi. Ich würde laufen, der kommt. Ach, nee. Ist das jetzt euer Ernst? Ja, sicher. Schau mir doch. Hä? Er will sogar mich. Oh, geil. Was? Oh, lauf doch, Heddy. Ich krieg die Arschbocken. Run, Forrest. Run. Eben noch, Rennen. Run, Forrest. Run. Ich suche einen Generator verzweifelt. Ich finde aber keinen. Oben sind zwei, in zwei Räumen direkt beieinander. Also, die Räumen sind direkt nebeneinander. Guck mal, das sieht doch, wo einer ist. Tatsache, da hinten, wo du bist. Einit Rettung. Ich trau mich leider nicht, bei mir ist so ein kleines Problem, ich bin da dran. Oh Gott, ich renne jetzt schon, ich falle in die Arme, oh mein Gott. Wärst du lieber mal zu Aki gegangen? Also, ich weiß ja nicht, ob er Arme hat, aber was auch immer er da hat, ja, dem bist du in... Ich bin wieder in seinen Schoß gerannt. Ich wär ja zu Aki gegangen, das ist viel sicherer, weil der Killer kämpft nicht. Hihihi. Hihihi. Ach, du bist hässlich, ich mag dich nicht. Bam, hast du... Alter! Yo, was hast du denn gemacht, ey? Hast du dir eine komplette Blutkonserve reingeknallt? Klar. Wow. Alter, ich hab Aki benutzt, um Autodidact-Stacks aufzubauen. Ich bin tot, by the way, ne? Na, ob du das nicht bereust, ich weiß ja nicht. Ich bin by the way tot. Ja. Das war übrigens auch der Grund, warum Aki... So bist du also, Aki, ja? Nicht mal weinen wegen meinem Tod, hallo? Ich sehe halt schon wieder nichts. Nicht mal weinen wegen meinem Tod, also echt, ey. Ja, ey, wie, 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 wie soll ich denn jetzt den Killer vorwerfen, ey? Mann, warum, warum, warum sag ich denn? Hallo? 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 Ey, die hätten so schön den Killer vorwerfen können, ey. Hätt's ja den random benutzen können, aber der hat ja gedacht, der ist ja auch ein Profi. Oh mein Gott, das kommt. Oh mein Gott, es kommt, ja, es trifft es gut. Ich bin mal weg. Tschö-lö. Man weiß ja nicht mal, was das ist. Das ist der Albtraum aller Kinder. Was hässliches ist das? Ihr seid doch nicht so oberflächlich, der hat auch Gefühle. Er ist trotzdem hässlich. Also es tut mir leid, aber egal, was das ist, es ist hässlich. Alter, wie viele Hände hat er in seinem Gesicht? Lass dich mal angucken, warte mal. Ich seh nix. Ich seh nix. Wenn du ihn unbedingt sehen möchtest, dann... Warum ist die Sicht so schlecht? Wenn du ihn unbedingt sehen möchtest, dann google doch. Er hat sogar einen Instagram-Kanal. Du kannst da sehr schöne Bilder von dir sehen. Jetzt Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Ich muss die Hedge fühlen. Ah, Aki, 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 können wir unser Gespräch von vorhin wieder weiterführen, ja? Das hast du heute noch so gemacht. Außer vom Killer weggerannt. Ähm. Oh lol. Ich hab heute Vormittag für... Er ist durch die Luke. Ich hab heute Vormittag... Ich hab heute Vormittag, äh... Also heute Vormittag hab ich, äh... Also da... Ich hab vergessen, auf zuschauen zu gucken. Es ist zu spät, Aki. Er ist zu spät. Er ist durch die Luke. Och Mann, ey. Mist. Das wird mir extra natzen und dann das. Mist. So, ich würde sagen, Abschlussrunde. Wie jetzt Abschlussrunde? Abschlussrunde, ja. Das ist mir schon so lange, oha. Ja, weil, äh... Ich will mich gleich noch was, äh... Erledigen, bevor ich heute pünktlich ins Bett gehe. Pünktlich? Nicht so wie ich? Nicht so wie ich? Und Genshin muss ich auch noch spielen. Ich muss meine Dailys noch machen, mein Herz noch ausgeben. Kommst du gleich mit bei mir am Discord in Voice Genshin spielen? Oh mein Gott, Aki, danke. Ja. 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 Verena auch. Verena. Ja. Soll ich kurz rausgehen, oder? Ja, tschüss. Und was? Ja, warum hast du Angst und Panik bekommen? Warum? Hallo? Verena, hab doch keine Angst. So, weil sie dachte, ich gehe einfach und spiele kein Genshin heute. Nein, alles gut. Gut, Genshin wird immer gezockt. Also, Leute, ne, just saying, wir sind gleich bei mir im Discord am Genshin suchten. Wenn ihr dazukommen möchtet, ne, ähm, Ausrufezeichen DC in den Chat. Wartet, ich mach's sogar für euch, ne. Ich bin sogar richtig, richtig glücklich heute, ne, hallo. Richtig gnädig hier heute. Oh nein, alles gut. Bitteschön, Ausrufezeichen Discord. Ihr könnt gerne auf mein Discord kommen. Ihr könnt gerne in Voice kommen. Wir beißen nicht nur manchmal. Ähm, ja. Okay, nein, ich beiße nie. Ich kratze nur. Wow, mein Timing. Hallo, Q. Na, wie geht's? Wie steht's? Wir wurden gerade von einem Schrankpimmel verfolgt. Du hast, als ob du alles auf 100 Prozent hast. Ich geb dir meine Einlogdaten, Verena, ne. Oh, Verena, hast du es gestern noch geschafft. Verena hat auf 100 Prozent, ja, vor allem auch den Untergrund, ne. Geil. Ne, nicht den Untergrund, die Mine. Ja, den Minenuntergrund, ja. Frech. Verena, würdest du vielleicht bei mir auch noch, ähm, weitermachen? Jetzt geht's an die Chiefments. Oh Gott. Oh Gott, auf wie viel Spiel... Kannst dich mit Saturn zusammentun. Der geht auch auf die Chiefments mittlerweile. Der hat überall 100 Prozent. Bist du, bist du eine 100 Prozent Spieler, Verena? Und wenn nicht, wie ist diese erste Erfahrung in deinem Leben gerade? Ich glaube, das einzige Spiel, was ich auf 100 Prozent gespielt habe, war Zelda Ocarina of Time für den 3DS. Ich bin tatsächlich keine 100 Prozent-Spielerin, wollte ich nochmal erwähnen. Aber Genshin werde ich sowas von auf 100 Prozent machen. Genshin werde ich sowas von auf 100 Prozent machen. Zum 100 Prozent, definitiv. Wir erinnern dich dran, ne. Ja, ist okay. Ja. Möchtest du dich um ihre Aufgaben? Liebe Community von Aki, bitte klippt das, haltet das für die Ewigkeit fest. Und wehe, sie macht nicht 100 Prozent Genshin. Dann ist aber... Billib, was hast du da geschrieben? Dass sie um deine Aufgabe kümmern soll. Das muss ich ja schon wieder machen. Ich suche meistens, aber ich habe es selten durchgezogen bis zum Ende. Aber wenn es so Stats und so gibt davon, wie hier dann schon. Ah, okay. Wie lange streamt ihr noch? Das ist jetzt die letzte Runde. Danach gehen wir bei mir im Discord in Genshin Voice. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die in Breath of the Wild, dass die da auch so eine Art... Also nicht so krass, dass es immer angezeigt wird, aber dass man nachschlagen kann. Oh mein Gott, Billib. Wie viel Prozent hat und sowas. Ich hoffe, dass sie das in Tears of the Kingdom anders machen. Ich würde dich nicht unterbrechen, Aki, aber Billib, ich bin gerade so dumm gewesen. Ich dachte gerade so, hä, was willst du von mir, bla bla, dachte ich halt so, hä, was? Ich wusste nicht, dass wir schon in der finalen Lobby sind. Ich dachte, wir suchen noch eine Lobby. Ich bin intelligent, by the way. Ausreden, ausreden, ausreden. Nee, ernsthaft, ich hab's dich gecheckt. Ausreden, ausreden, ausreden. Du kannst das sehen, indem du überprüfst, ob es einen, bei den Strichen unten rechts einen Querstrich gibt. Ich weiß. Bitte keinen Schrank pimmeln, bitte keinen Schrank pimmeln. Können wir nicht mal einen Feindstaller bekommen? Es ist, ist es Nemesis? Nee, es ist Weska! Wer? Viscars. Es ist Viscars. Wer? Viscars. Ich wusste schon sehen. Der sexy, der sexy Killer. Okay, solange er einen Smashes ist, ist alles gut. Er ist ein Ultra-Smash. Na, dann ist gut, dann kann er mich gerne an seinen Haken stecken. Was? Der hat auch kein anderes. Was? Aber er hat Krankheiten, er hat Krankheit, das ist echt nicht. Wenn er dich damit anfasst, dann bist du voller Würmer, deswegen brauchen wir Desinfektionsspray. Oh. Fest ist Fuckboy, er ist auch schon verwurmt. Oh. Und fliegt am Boden. Na, wo ist der Disconnect? Ach, schade. Drei, zwei. Ja, wie gesagt, solange er einen Smashes ist, na, er kann mich gerne an seinen Haken stecken. Ich sollte mein Stream-Deck in eine andere Richtung stecken, äh, packen, weil, äh, er kommt direkt auf mich zu. Sein Ernst, ey. Dann hat er wahrscheinlich, äh... Ey, der Pieker! Kooperationspunkte. Oh, der ist echt, oh, der ist echt sexy. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Smash. Ja, aber nicht, wenn er seinen Schlong rausholt. Er ist definitiv ein Smash. Das ist voll die Krankheit, das ist eklig. Lol, er hat mich nicht mal gesehen, wie ich hier in den Schrank rein bin, oder was? Ach, Fick dich doch. Ich hab meine Schränke. Ich hab mein Schrank. Schranki, Schranki, Schrank. Das tut mir leid. Alles gut. Philipp scheint schon wieder die Sonne aus dem Arsch. Ich häng ja immer so ab, ne? Hey, schön, dass du streamst. Ich brauch grad mies viel Ablenkung und Unterhaltung. Äh, Meatlord, dann tut's mir leid, dass das jetzt die letzte Runde ist. Ähm, falls irgendwas ist, ne? Du weißt, ich bin immer im Discord und du kannst mir immer schreiben. Alles gut, ne? Alles gut, du kannst mir immer schreiben, wenn irgendwas los ist. Des Weiteren bin ich häufigerweise bei mir im Discord und Voice. Da kannst du auch mit reinkommen, wenn du möchtest. Ah, er ist bei mir. Ah, nein. Scheiße. Du, du, äh, hier, keine Ahnung, wer das ist, aber du strahlst. Philipp, du strahlst. Ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich merk das schon. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch hier. Wow. Ich könnte jetzt einen ganz bösen Witz raushauen, aber ich lass das. Hilfe, Wesker ist... Oh, fuck, alter. Der Kerl ist wirklich ein ganz übers Smash, ey. Immer Wonderskin. Ich denk die ganze Zeit, wenn du Ba-Ba-Ba singst, ne? Denk ich die ganze Zeit an Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba. Das tut mir leid. Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba. Ba-Ba-Ba-Ba-Ba. Ach, lass mich in Ruhe mit Barbara, ey. Ich komm gerne demnächst darauf zurück, wenn ich's brauche, danke. Bitte, bitte, alles gut. Wenn du's brauchst, komm gerne darauf zurück. Ich schreibe gerne und sehr viel mit Menschen. Der kommt direkt auf uns zu, ne? Philipp. Yes. Ach, komm. Ach, er geht hier hinterher? Ja, gut, okay, dann kann ich hier ja weitermachen, ne? Dann zieh ich jetzt durch. Ich seh Philipp dahinten langlaufen. Oh, sein Licht ist erloschen. Ih, nee, geh weg. Ih, bist du hässlich. Nein, nein, bist du nicht. Du bist ein Smash, es tut mir leid. Ich steck mich gerne in einen Haken. Was? Was macht die Meg? Meggige Sachen. Oh, Schenkelklopfer. Ach, schön. Ah! Was war denn das gerade? Das ist sein, das ist sein, sein Arm. Er hat mich gegen ne Mauer gesmacht. Ja. Deswegen ist er ein Smash. Geil. Ey, der Typ ist echt... Der hat schon Daddy-Vibes, was? Mein Fessel. Oh mein Gott, hier ist, oh mein Gott. Ich, ich bin so verseucht von Genshin. Ich bin so verseucht von Genshin, oh mein Gott. Ich bin geliefert. Hier hinten das Map, endlich hab's nicht gecheckt. Nein, bitte halb Gnade, Wesker. Ah! Fuck. Der Backflip war ne 10 von 10. Bugflip. Bugflip. Flip, bitte, flip. Flip, flip. Da hinten scheint schon wieder die Sonne. Ist das immer noch deine Sonne aus dem Arsch, oder was? Nee. Dann fehlt mal ne neue Sonne. Natürlich will er mich, natürlich will er mich, weil ich dead on hook bin. Du bist, du bist ekelhaft. Du bist ekelhaft. Ich mag das, oh, er hat mich wieder gesmasht. Alter, du bist aber ganz schön weit geflogen. Ja. Dezent, ne? Ja. Okay, wenn du mich halst, kann ich wieder das Volk schweigen. Oh wow, bin ich schon wieder weit geflogen. Oh. Ich flieg da ganz schön weit. Vertrau dir jetzt. Der hat mich, der hat mich jetzt insgesamt dreimal gegen ne Mauer gesmasht. Justin. Ja, komm. Steck mich an deinen Haken, ist okay. Ich bin tot. Das wird schon wieder ein Hedgegame für Wille, ne? Ja. Du profitierst richtig davon. Ja, echt, ey. Mann. Das wird nicht einfach, dass meine Sonnenstrahlen sind, dass die, die verleihen mir Superkräfte. Also, gegen den Killer spiele ich übrigens gerne, der ist irgendwie sehr, sehr nett. Aki, du musst eine innere Motte wecken, du musst dem Licht folgen. Wir können hier looten, ey, wir können hier looten. Alter. Du weißt, dass ich absolute Panik gegen Motten habe? Was soll ich das wissen? Aber wir können hier looten. Ja, nehm mit, nehm mit. Der ist noch nicht wirklich, äh, krass, äh, 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 gemacht. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist kein grünes, das ist kein grünes Mid-Kit genau dafür, aber. Ja, aber es ist meiner. Ja, für die Spritze reicht ein braunes. Ich nehm trotzdem grünes, das ist eine schöne Farbkombi. Ich mag die Farbe braun nicht fertig. Aber es ist das Effektivste. Also das, was am besten zusammenpasst quasi. Okay, Mama. Mach ich halt das nächste Mal. Obwohl, es würde eigentlich schon gehen. Die Geschwindigkeit, äh, Spritze. Vor allem das Spritze und Blutstillungsmittel. Ja. Das, äh, das, äh, ich weiß gar nicht, ob man beides nutzen kann. Ich glaub nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich kenn mich damit nicht aus. Ich hab einfach nur Dinge genommen, die gut aussehen. Äh, beim nächsten Mal ruhig gerne einmal. Sieht immer gut aus. Oh Mann. Bleib doch hier. Ich hab den Keller ab. Er hat mir wehgetan. Aki, nehmen wir den Keller ab. Ach, ihr seid noch zu dritt. Ich dachte, ihr seid noch zu zweit. Nee, wir sind zu dritt. Ja, los, schmieren ab wie so ein Popel. Nee, macht er nicht. Nein! Oh, er redet ja sogar auch sexy. Oh, 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 wow. Oh Mann! Ich wollte hier die Spritze reinjagen. Ich weiß schon wieder nicht, wie das geht überhaupt. Voll toll, das geht ja gar nicht im Rennen. Wie kann ich mir diese Spritze jetzt geben? Das verstehe ich halt nicht, ne? Du musst das wie normales Matkit benutzen, und dann hast du die Fähigkeit. Ja, geht nicht! Das Matkit ist ja jetzt leer. Ja, dann hast du es verkackt. Wow! Habe ich auch wieder was gelernt, toll. Ich tatsächlich auch. Ich dachte, die ist einfach nur dabei. Nee, nee, das sind aktive Zusätze. Die kannst du aktiv nutzen. Ach so, oh geil. Wusste ich auch noch nicht, lol. Ach, kleiner Nervenbolz, Alter. Ach so, ich hab ja hier meinen... Aha, meine Befreiung von selbst. Hihi. Scheiß, random. Wollten die nicht retten gehen, ey. Run, Forrest, run! Run! Ah Mann, ey. Er sieht, ihn würde ich auch spielen. Just saying. Sein Mori ist vor allem richtig geil. Schade, dass er das nicht mithat. Ich muss mir nachher ein YouTube-Video anschauen, wie sein Mori ist. Soll ich sie beschreiben? Ja, bitte, bitte. Beschreib's mir in jeden einzelnen Details. Du stehst auf. Schlägst dir mit der Faust ins Gesicht. Seine Brille fliegt weg. Er guckt dich mit seinen feuerroten Augen an. Er hat so orange-rote Augen. Packt dich mit seinem Schwengel. Schmeißt dich auf den Boden. Und dann, naja, diese ganzen Tentakel tun dann Dinge durch deinen Körper und kommen aus deinem Mund wieder raus. Kennst du Pirates of the Caribbean? Der arme Kerl, der von Davy Jones? Kenne ich. Ich habe alle Teile 10.000 Mal durch, ja. So wie du es beschrieben hast, hat es sich gerade ganz falsch angehört. Es hat sich ganz falsch angehört, wie du das beschrieben hast. Ganz falsch. Ich weiß, ich kann dir aber gerade aus dem Gedächtnis nicht sagen, wo die Tentakel reinkommen. Ich kann dir nur sagen, wo sie rauskommen. Es hat sich ganz falsch angehört. Oh, Philipp. Philipp, 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 du musst es schaffen dein kommt da hat er hat dich gesehen er hat dich gesehen er hat dich genau gesehen Wow. Der lässt ihn halt echt gehen. Warum hab ich eigentlich nie so ein Glück? Tja. Warum haben wir nie so ein Glück, Aki? Warum? Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Mann! Der Typ ist echt... Er ist echt sexy. Er ist echt sexy. Aber er lässt es raus. Der ist echt sexy. Die Gänchen hat mich sowas von zerstört, Alter. Oh mein Gott. Der hat aber auch einen Nacken, ey. Ja, Mann. Kann man den auch daten in dem Spiel? Nein, leider nicht. Einen lizenzierten Killer. Und sind auch nur die vier. Mann. Schade. So. Der hat jetzt erst gedatet. Ich bin auch gleich bei dir dann auf dem Discord. Jo, ich... Ich verabschiede mich hier aus diesem Voice jetzt auch. Genau. Jo, ich guck mal, wen ich... Ja, was? Bye, bye. Bis denne... So, ich verabschiede mich auch. Bis denne Antenne. Bis bald, Rian. So, Leute. Jetzt guck ich mal, wen ich jetzt raiden werde. Mal gucken, mal gucken. Wen könnten wir denn raiden? Wir spielen ja eigentlich... Ich hätte jetzt Aki geradet. Wir spielen ja eigentlich immer Genshin. Dementsprechend würde ich euch jetzt auch zum Genshin-Spieler raiden tatsächlich. Ich weiß noch nicht wen, weil sehr viele gerade online sind. Ähm... Komm. Ich... 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 Ich rate euch rüber zu Sonius. Sonius ist ein Netter. Da rate ich gerne hin. Und ja. Sota... Sota ist aber auch... Nee, komm. Sota. Sota spielt zwar kein Genshin, sondern Sonic Frontiers, aber... Sota würde ich jetzt sogar selber reinlürken. So. Ich würde sagen, ähm... Das ist so weird mit zwei Kopfhörern drin. Ich würde sagen, bis bald, Rian. Bis denne Antenne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war heute mal ein ganz anderes Spiel bei mir. Wird's jetzt wahrscheinlich auch häufiger geben, weil in meinem Discord eine Abstimmung war. und ihr für Dead by Daylight abgestimmt habt. Ähm... Ja. Bis zum nächsten Stream, der da am Donnerstagabend sein wird. Morgen streame ich nicht. Morgen ist Mittwoch. Morgen habe ich Stream frei und werde ganz, ganz viele tolle Clips für euch schnippeln. Also, bis zum nächsten Mal. Tüdülü. Ach, warte. Ich habe den Rate noch gar nicht gestartet. Bin ich denn das... Bin ich denn dumm? Oh mein Gott. Na ja. Okay. Ähm... Dann würde ich jetzt sagen, bis denne. Tüdülü. ... Vielen Dank.